Fuck! Entschuldigung. War das erste Mal, dass ich das nicht gespielt hab. Und weshalb jetzt fuck? Weil ich 100% hab. Ach so. YOLO! Hast du das lieber? YOLO! 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 I'll be single soon. Darf ich das mitsingen? Das kann nicht auswendig. Ach, alles gut. Also Gordon, ne? Einfach ertragen, nicht muten. Be single soon. Einfach die kemute. Leck mich am Arsch, Bebe. Einfach genießen. Ihr hättet gerne das Selbstbewusstsein so falsch zu singen. Be single soon. I'll be single soon. I'll be single soon. I'll be single soon. I'll be single soon. Auch heute bin ich irgendwie das Opfer von diesen Idioten. Be single soon. I'll be single soon. I'll be single soon. Was macht mein Dude da? Guck mal. Suchen wir einen neuen Job. I'll be single soon. Also, was müssen wir machen? 110er. Nehmen wir einen Job von... Shit. Ich glaube, nehmen wir den Job von 6000 an. Müssen wir ein MMO programmieren. Was machen wir denn? Was machen wir denn? Ah, be single soon. Oha, meine Bitch ist da. Den wir mal flüchten. Ah, Michi, jetzt habe ich wegen dir einen Ton verpasst. Ich auch. Haha. Ah, Michi. Ab in die Kiste mit dir. Das wird abgesagt. Ah, be single soon. Ah, be single soon. Ah, be single soon. Guck Gericht und so, doch. Deswegen sage ich das Vorstellungsgespräch auch wieder ab. Hey, single soon. Wes? Wieso? Joa, zu Not ist noch andere, ne? Zimbaxa, kannst du mal ganz kurz, ähm... Kannst du einfach mal Discord und Erforzo oder sowas reinschreiben? Ich will mal was gucken. Warum? Weil ich, äh, wissen will, ob der komplette Satz geblockt wird oder auch die einzelnen Wörter, die da drauf stehen. Oh, die Musikauswahl ist ja okay. Okay, solange es nicht die erwähnte Kategorien sind. Ja. Guck. Meine Ahren. Mein Gott. Küsschen aufs Nüsschen, Michi. Aha. Was? Küsschen aufs Nüsschen? Ja, natürlich. Na, Michi? Küsschen am Nüsschen? Michi, kannst du mal Discord oder Erforzo oder sowas reinschreiben? Ich will mal kurz was gucken. Küsschen aufs Nüsschen heißt bei uns was ganz anderes. Welches Nüsschen meinst du da? Mit? Aufs Nüsschen, aufs Schnüffchen. Okay, kannst du auch lieber das sagen, weil Küsschen aufs Schnüffchen heißt bei uns was anderes. Küsschen aufs Schnüffchen. Küsschen aufs Schnüffchen. Michi. 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 So, ich spiele den neuen vorgestellten Song. Das habe ich rausgenommen. Kim, sag mal, hört man mich im Stream nicht? Doch. Michi reagiert nicht. Dann sag doch rein, für Beppo solls machen. Was? Was würd ich machen? Beppo ist ja auch Mod. Wie? Mehr Beppo ist nicht Mod. Beppo ist VIP. Ja, sonst schreib mal bei Kim Discord oder Erford oder sowas rein. Erford? Guck, er schreibt. Es wird... Da basieren nicht. Ne, Discord ausschreiben. Nicht DC. Hey, warum läuft bei Pascal Muni Stream? Warte, 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 warte. Weil er am Essen ist. Ach so. Warte, ich muss, ich muss über alle neuen Streams mal wieder was posten. Ich renne hier zwischen all den Streams hin und her. Gib noch eins, was ich haben wollen würde. Thunder. Und was willst du, dass ich da reinschreibe, Pascal? Ähm, Matze. Ähm, einmal Discord ausschreiben. Und dann, ähm, Offer. Oder Erford. When I come around. Aneinander, oder wie? Muni? Ja, ich guck gerade. Schade egal, ich will nur wissen, ob... Ob die einzelnen Wörter jetzt auch geblockt werden, oder nur der komplette Satz, den ich geblockt hab. Also, E-Fort. Guck. Guck. Wie man's sagt, oder anders? Wie meinst du das? E-F-F-O-R-T-S. Liedgitarre, was ist die Liedgitarre? E-F-F-O-R-T-S. Das hier, oder nicht? Ja, Liedgitarre. Okay, ich drücke. Wir nehmen auf Wader. Okay, der komplette Satz wird nur geblockt, okay. Der kommt jetzt runter. Oh mein Gott, das kommt. Beim zweiten und beim vierten. Party rockin' in the house tonight. Everybody no name no night. Magro. Gerne. Warum, was macht ihr denn? Ich hab die, den Satz, äh, von dem Spam gerade kopiert und in der Blogliste eingestellt. Sander ist geil. Ach so, danke. Sander, jetzt hab ich das jetzt gelesen. Dann wird ja gleich den Sand gelöscht. Sander hab ich mir noch nicht gekauft. Das würde ich gerne auch haben, aber das hab ich noch nicht gekauft. Ach, wie? Ich hab das. Glaub ich. Yeah, yeah. Das muss ich mir aber noch kaufen. Was? Yeah, yeah. Party rock is in the house tonight. Oh, ich hab nicht genug V-Bucks gerade, deswegen. Sonst hätte ich jetzt Sander direkt geholt und hätte ich das beim nächsten gemacht. Ich hoffte jetzt nächsten Monat, da sind die mit Sicherheit noch da. Ja. Party rock. Yeah. Ich hab mir auch grad mal zwei Lieder gekauft. Wollen, keine Ahnung wie vielen. Ja. Party rock is in the house tonight. Aber ich möchte ja auch meinen Stream paar Möglichkeiten geben. Sander. Oh, geil. Das ist, äh, idealer Package für, äh, Frauen hier bei Sims 4. Erweiterungspaket in der Küche. Leck mich am Arsch, du Wichser. Ich hoffe, du brichst dir dein Knie. Ich hoffe, du fällst nochmal auf die Fresse. Und dann kriegst du wie ein kleines Kind. Hab ich aber auch, weil ich zu kaufen, eine geile Küche zu machen, da eine Frau reinzustellen und die Tür rauszumachen. Kriegst du eigentlich da andere Küchendesigns in dem Paket? Ja. Was steht denn hier? Da kannst du draufklicken und daneben sind die Items. Du kriegst Musik, äh, du kriegst einen Löffel Beppo, den ich dir in den Arsch schieben kann. Schön für dich. Ja. Ah, hier sehe ich. Oh, geil, du kriegst eine Küchenschürze. Ich verspreche dir, Gordon, wenn ich wieder genug Geld dafür habe, dann hole ich das und dann mache ich das für dich an. Es ist schon ziemlich frauenfeindlich, weil du kriegst nur Accessoires für Frauen teilweise. Beppo, fick dich ins Knie, verdammte Scheiße. Dann kriegst du vielleicht weniger weh. Hab ich die Küche mit dir. Ich spuck dir ins Essen rein. Aber du kriegst nicht so viel für das Paket, finde ich. Nee. Du kriegst eine Nackenschelle von mir. Wie war das? Schlecht. Nur wenn ich in der Küche stehe, dann. Äh, nee, dann. Ich find dich auch außerhalb der Küche. Das darfst du nicht. Das ist nicht dein Bereich. Was hast du mir geschickt? Oh, ich... Ich schwör's dir, du kleiner Hurensohn. Ich hab ja eine Musik auf DC geschickt. Okay, ich guck das nachher, Michi. Du doofes Kohlenstück. Nimmt euch ein Zimmer. Obwohl, das eine finde ich geil, das Paket, das Industrialluftkind. Ja, meine, 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 meine. Also, pass auf, wenn Shurioka das hier hört, wo werde ich gesperrt. And up to the sound. Let up, get up, let your hands up to the sound. Die Shurioka soll in der Küche vorbei. In der Küche. Pascal! Da hast du ein Pascal Beppo. Money Rock is in the house tonight. Obwohl, es geht. Dieses Paket kostet eine 5 Euro. Guck mal, guck mal bei, äh, bei, äh, bei, äh, bei, äh, wie heißt die selte? Ähm. Womble Womble Womble. Ne, bei, äh, im CD Case in PC Games. Also Kinguin, MMOGA oder Eneba. Ja, okay. Ich hab letztens, ähm, zwei Pakete, ja. Und eine Erweiterung zum Preis von einem Paket gekriegt. Uh, das ist geil. Also ich hab, ich hab 40 Euro bezahlt. Und 40 Euro kostet ein Paket. Und ich hab zwei Pakete plus ein Addon gekriegt. Mensch, ich möchte das eine Addon kaufen, aber ich weiß nicht, wie teuer es ist. Das, äh, das japanische Addon. Dies hier. Das, äh. Ja, weil dann kann er da Plastikpuppen ficken. Äh, Sander ist geil. Achso, ja. Ich guck mal gleich mal sonst, ob ich sonst sie... Besser Plastikpuppen wie eine, die dich voll labert. Äh, 98 auflade und dann kann ich das mal reinhauen. Mach mal dein Stream oder Discord an. Dann kann ich gucken, welches du meinst. Ähm, ich hab mal Stream an, oder... Du musst wieder durch, durch. Durch. Doch. Oh, hat Pascal aufgehört? Ja. Achso, ja, aber dann guck ich gleich rein. Womit hat er aufgehört? Mit Stream? Achso, kann sein. Aber ich wollt grad wieder, ähm... Weiß ich mal, eine Runde machen. Mhm. Was willst du nochmal, was dies hier ist? Äh, Tomara. Warte, kann ich dir sagen? Ja. Kann ich dir sagen? Ja. Ja. Oh, Pascal, äh, äh, warte. Ich steh jetzt nicht auf. Lumpa dumpa dumpa dee dee. I've got a trap set to tell for you. Umpa lumpa dumpa dee dee. Nice view of white to listen to me. Guck mal, daran sieht man, wie multitasking ich bin, Alda. When I come around. Meine Nase juckt. Dreh gleich durch. Äh, das ist dieses For Rent-Paket. Ah, okay. Da ist, da ist die Map mit drin. Oh, ich schaffe, sag ich doch. Bei Kinguin kostet das 23,63. Statt 40. Und bei Sims direkt bezahlst du dafür 40. Ah, hier sehe ich For Rent. Da müsste das eigentlich mit drinstehen, welche Karte du da rauskriegst. Hm, da warte ich gucken. Streck mich, okay? Ah, okay, das ist eher thailändischer Stil. Oh mein Gott. Ich guck mal bei Wumble Bundle, was da so die Bündeln kostet. Komm her, komm her, komm her, rüft den, rüft den, rüft den. Da kommt noch einer nur hinter dir. Wenn I come around. Wenn I come around. Jetzt kriegst du dich jetzt nicht mal hin. Lauf, 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 lauf und dann. Wenn I come around. Und was findet er? Twayne 4. Twayne 4. Alter, wer denn? Ich glaub, da hab ich doch letztens geguckt, da hab ich doch gesagt, da gibt's kein Sims. Ja, klar. Hä? Stimmt, da gibt's ja wirklich nix. Traurig. Oh, la 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 la. Dann gibt's noch. She to game, glaub ich. Alles klar. Also ich guck immer auf Kinguin oder MMO, ja. Alles klar. Dann gibt's noch CD-Case-Case.com. Da guck ich auch regelmäßig. Warte, fang an. Lug, glück. Ist der Finger oben, wird man dich loben. Wie ist's hier gut? Kriegst du ein Kind hier? Meio, 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 meio. Ist der Finger oben, wird man dich loben. Oh, eh, oh. Eh, eh, oh. Eh, eh, oh. Oh mein Gott. Ich brauch Support hier. Mein Gulasch im Kopf funktioniert nicht. Eh, eh, oh. Eh, oh. I was not to my own, to my own, to my own, to my own, to my own. Danke. Du bist schon besser wie Kevin. Ah! Willst du immer noch auf Einfach? Was denn? Willst du immer noch auf Einfach? Was denn? Willst du immer noch auf Einfach? Willst du immer noch auf Einfach? Ja, ich spiele noch auf Einfach, weil das ist... Ich möchte erstmal da ordentlich überall reinkommen und überall mal noch 100% haben, dann. Oh, oh, oh. Ja, bring nix. Versuch dich gleich auf Mittel. But if you close your eyes. But it almost feel like love and change it all. Auf C2A sind die Preise auch nicht schlecht. Ja. Ja. Auf jeden Fall, du sparst fast die Hälfte gegenüber dem Sims-Stop. Ja, natürlich. Das Sims-Eco-Live-Style kostet einfach mal 15,53 Euro. Das hab ich. Ich hab das Tiny House Pack. Äh, Ecolive. Dann dieses Luxury irgendwas. Irgendwas noch hab ich noch. Irgendwas noch hab ich noch. Shit, shit, shit! Und was? Ah, ah, ah. Dreamhouse-Decoration. Das sieht... Das hört sich nicht zusammen. Meine fucking verfickte Schficknote! Alles gut. Geh ruhig auf Klo, Gordon. Oh, danke für den Follow. So, ist das das Mädchen, was mit dir spielt, Kimmel? Danke. Dieses Paket sieht besonders aus, das Dream Home Decoration. In a way, you're more like a therapist. Und was mit Deko habe ich auch. Also ihr hört die beiden Süßen hier im Hintergrund über Sims spielen. Dankeschön. Über Sims reden, ich spiele nicht. Da wo ich spiele. Ja, ich habe meine Hand gestern. But if you close your eyes. Ich warte noch, nächstes Monat werde ich mir fest das eine oder andere Paket noch nehmen. Und dann habe ich alles gekauft. Ja, ich bin auch am überlegen. Da siehst du mich sitzen. Es gibt sogar ein PC mit einem Ultra Wide Monitor. Oder ein Stream Setup mit zwei Monitoren. Einer hochkant und einer normalen. Ich habe mich als selbstständiger angemeldet. Ich kann euch sagen, ich habe mir so scheiße Wege getan. Äh, Schatz, er hat keine Dackeblase. Er hat was mit dem Magen. Und er hat Magenprobleme deswegen. Soll er immer mal schön richtig durchforzen und geht aus. Was? Was? Pupsen. Du musst putzen? Ja. Pupsen. 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 Pups um dein Leben. Der Clip kommt jetzt in der nächste auf Tiktok und Instagram. Ich bearbeite den auch alle jetzt. Also morgen wahrscheinlich. nicht weil morgen bleibe ich glaube ich zu hause ich hab freudach frei und samstag bin ich den ganzen tag bei meiner besten freundin eigentlich war das schon für letzte woche du hast du doch gefreut mich jetzt sehr persönlich wir können ja schreiben hat ein leben außerhalb des zocken geht mir nur alessandra wo ist er zu dir und kommen wir rein in den disco nee es ist ja mit ihren schwestern deswegen gehen wir zu ihr du gehst einfach nicht dahin und sagst dann in der woche wie das war letzte woche deine beste freundin und die geschwister zu dir und dann kommt ihr ein süßkrott leute ich habe auch ein leben tut mir leid du hast kein leben leben leute ihr könnt ja mit kevin spielen aber kevin will nicht mit uns spielen mit anderen leuten und da seid ihr nicht sauer ich habe vorhin gesagt dass es eine frechheit ist aber bei mir ist es sofort ich lass euch im stich ja ja was meinst du warum meine pläse noch aus ist weil kevin mit anderen leuten spielt kevin lässt uns aber wenn marcel wicket weg geht um zu pumpen das ist in ordnung das ist in ordnung das ist in ordnung dass du sitzen lässt um flachgelegt zu werden das ist in ordnung außerdem waren sie nur zwei stunden können ganz aber dass ich mädels tag machen will es nicht in ordnung das war nur zwei stunden bei mir und kein ganzer tag das ist was an ja und bei mir sind es dann eben halt zwölf stunden hängen und außerdem vögel ist es immer noch besser als irgendwelche freunde treffen wenn muni hier leben würde würde ich sie mitnehmen ich mache auch liebe und mich nicht oder was ne bist du mädchen ja aber vielleicht will ich da auch pendeln und eindeutig am falschen ort guck marcel ich mache auch liebe oder kim wurde einfach am falschen ort das kann auch sein also marcel du kannst ja gerne high school musical da mit uns gucken oder wieso kommst du nicht mit den kreuz schatzi mit feuerwerk bebo ja und hauptsache du fühlst dich im wohl alles klar naja sie war nicht die beste ja guck dir mal was die anhalt alter so zeit schlafen zu gehen man nimmt was man trägt ja stundenloch ist noch guckt sie räumt sogar die mühe hast du die alte wenigstens so eingestellt dass sie dass sie sauberkeit mag und alles macht nämlich keine ahnung das ist eine nachbarin ach so ja okay aber ich kann noch weiterspielen das ist einfach eine nachbarin die ich durchvögel ich bin doch im stream oder ein disco da ist das niveau gleich ich muss nicht wissen wen ihr vögelt wann ihr vögelt und was ihr fügel er könnte von mir das ist auch eine warme melone vögeln wenn dann kalt die sich noch so schön fest dies war so labberig kalte melonen sind eng und mit den fachsack bis karl bin gerade angeekelt spielst du mit marcel wenn die aufhören zu singen ach man leck mich doch am zuckerle am zuckerle ich denke wie geht es dir ich habe wenn du mir das jetzt nicht gesagt hättest pascal hätte ich das überlesen ich hatte 100 habe die lust bei johnny zu lerken wäre das für euch in ordnung ich bin da im blöken marcel bippo mir geht's gut mein hase und immer noch scheiße krank von gestern mega übertrieben kopfschmerzen jetzt könntest du gucken kim ob du sander hast ach ja süße matte und sonst muss ich das gleich sonst holt für mich ultra viel wo sind johnny ich dachte ich hätte von mir ich habe es gut von einem besitz ich muss mir das auf jeden fall auch noch mal holen ich habe mein abo mal ein bisschen länger ich habe auch gehört dass später immer dasselbe sein soll also groß von a nach b laufen dann ja muss sein töten aber ich habe auch noch mal reingeschrieben damit er weiß dass ich im blöken du hast wieder ein clip gemacht ja warum sehe ich da selbst in der mod ansicht warum sehe ich denn nur sterne was ich küsste ich küsste ich küsste ich hätte hätte ich diesen pass jetzt schon hätte ich auch das mikro wie du was habe ich denn hier noch an aufträgen ja klar könnte ich ständig auch wieder spiele eine fehlermeldung echt für den zweiten clip so ich muss aber jetzt erst mal wenn er ein clip zu schnell hintereinander macht kommt eine fehlermeldung ah ja aber er macht ja manchmal fängt er an zufrieden aber du musst das einstellen dass die mods die links sehen können du sag mir das ist das jetzt echt ein voller voller oder was der johnny spielt du hast so einen coolen namen du hast die richtigen namen ich feiere dich gerade ich feiere dich gerade total du hast ja so einen geilen namen bitte ich feiere deinen namen noch mal 100 einfach 100 sachen die du machen kannst zum beispiel bei jetzt mal 4 ich feiere den sie feiert den namen wenn ihr es noch nicht mitbekommen habt sie feiert den namen ich bin gerade dabei so gibt mir nur eine kleine sekunde leute sondern da hat sie ja wie geht es dir ich kaufe einstellungen eins wird mich jetzt schon ein bisschen nervt ist aber so viele materialien stream kanalmoderation genau und da muss irgendwas mit links ich hätte das nichts blockieren also meine freundin hat zander das heißt ich brauche das jetzt nicht kaufen ich hole es aber trotzdem irgendwann mal das anmache dann kriege ich das wenn sie mal nicht da ist trotzdem spielen könnte ja aber die können nur wir sehen glaube ich beziehungsweise die können nur wir erstellen ich habe jetzt mal weg gemacht gucken wir mal doch das gehört doch jetzt noch zwei stück und ich habe 1400 oha 1400 ach füste hochlegen nein ich spiel doch keine folie folies nennen wir sie jetzt ja warte mal wollten wir jetzt nicht auf marcel warten oder nicht ach ja stimmt was denn ich muss mich nur einladen nee wir holen wir spielen nicht ähm ähm Battle Royale Hase wir spielen ähm ähm wir sehen mal Festival nee Kim ich glaube Pascal möchte dir was zeigen Helikopter 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 in deinem Stream mhm warte warte ja bitte viel Spaß beim rauchen rauch eine mit was denn jetzt sehen wir jetzt sehen wir Schatzis woody Luca stelle mal nochmal ein Clip auf auf vor wow ist das Batman ja das Batman das ist ja ich hab das fenster voll klein hier am taro dann euch das ist nicht jetzt sieht man deinen budi hat sie eben gesagt jetzt speichert sie dich irgendwann auch so ein auf diskuss hier ruf fast als budi ja aber moni hat sich noch so nach vorne gebückt und den arsch richtig in die cam gehalten gestern wo ich das halt noch schnell bezogen hat was geil macht das nicht ja ich habe das voll vergessen dass du gestreamt hat ist und mein kontroller ist daruntergefallen ich habe den aufgehoben und genau in dem moment hat kim auch geguckt und kevin und dann habe ich doch gestern auf das bett bezogen und war es ja weiter live und die moni wollte mir ja das das witzige an der ganzen geschichte ist auch noch wir haben ja gestern noch das bett bezogen er sagt er sagte kippen auch nur noch tja marcel ist schon gegangen ich will hier ein bisschen erste sehen man oder batman er hat sich ja nicht ausgezogen würde sich jetzt vor der kamera aus dem der mussten auch gesperrt was geil zeigt uns was du zu bieten hast nein ich habe mir den ehren schenkel hinter mir du hast schuhe bei dir so ich habe es für dich ausgewählt schon muss ich den job erledigt habe bis samstags und wir sind mittwoch an die mensch meine nachbarin die hat es nötig die kommt jeden tag vorbei und geflügelt wird mich auch so ein cooles micro video hat 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 er das jetzt echt gesagt ja hier sind danke gerne ist auch das allererste liegt jetzt ich habe den battle pass bekommen ja ich weiß das spiel war wie lange raus zwei minuten und ich bettel das mikro mit dem mit dem das war eine scheiß bewegung pascal zeigt jetzt was er zu bieten hat ich kann mich dabei konzentrieren und 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 wiii und mit und 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 es ich bin ich bin aber mein kopf fängt aber an zu explodieren wieso ja weil ich immer noch krank die musik ist halt extrem laut weißt du doch leiser und hier kannst du dich zehnmal mehr als bei battle royale macht die musik im spiel auch leiser ja dann habe ich immer noch den schrei als hinter mir kauf mir noch dieses mikro jetzt irgendwann welches das was lüge mir gesagt hat das eins von fiffin was so aussieht wie das schuhe oder welches guck jetzt geht das mit den clips gordon geht ab bei mir im chat sehe ich gerade aus dem augenwinkel da Lück, du machst die besten Clips, ich schwöre dir. Ja toll, aber bei meinem Folli oder so hat er keinen Clip gemacht, toll. Also Leute, von nun an, ein Follower, keine Follower mehr, es sind Follis. Ja, es sind Follis, weil ich das so gesagt hab. Ich nehm das auch rüber, genau wie. Gott, dreht durch. Ich hab Shiny hab ich von TheCase geklaut, da seh ich mich hab ich von Pixelbier geklaut und Folli hab ich geklaut von Moony. Ihr wisst nicht, wie oft ich am Tag sage, da seh ich mich. Zombie. Ich muss mir Sander aber auch noch holen, save. Videospiel ist fertig, gebe dem Videospieler einen Namen, ich nenne es Kim, der Hamster. Was, 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 hä? Oh mein Gott, oh mein Gott, ich wusste nicht, dass das so schwer ist. Ich dachte, ich komm da jetzt so rein und ich rabbel das hier so ab. Ja, ich hab wieder Geld verdient. Ja, ich hab wieder Geld verdient. Ich hab wieder Geld verdient. Ach Gott. Ach Gott. Ach Gott. Ja. Ja, ha, 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 ha. Ja, ha, ha, ha. Leute, ich hab auf dem Lied normalerweise 100%, ne? Was ist denn los? Was ist denn los? Schrecklich. Es regnet, es regnet, es regnet. Hört ihr es? Hört ihr es? Mistaken. Mild you see. It's not me. It's not my family. In your hands. In your hands. Was ist denn los? Der Yopi-Fan. Der Tanks. In der Bombs. In der Bombs. In der Bombs. In der Bombs. In your hands. In your hands. In your hands. In your fire. Und jetzt laut, Leute. So hoch komme ich nicht. In your hands. In your hands. In me. In your hands. In me. In your hands. Ich schwörs, mein Gehirn ist so ausgerade. Jetzt. Oh mein Gott, hat sich das bei euch ja auch aufgehangen? Nee, warte, warte, es wird gleich wieder laufen. Nein, wieso ist das tot, das Klo wieder kaputt? Ich bin glaube ich ganz anders als ihr. Sack. Ja, ich bin ganz anders als ihr, perfekt. Hey Leute, hört ihr mich noch? Ja. Ja, ich bin ganz anders als ihr gerade, weil mein ganzes Spiel hat sich aufgehangen. Okay. Aber normalerweise müsste es doch weiterlaufen. Ja, jetzt, aber ich bin nicht da, wo immer ihr seid. Ihr singt nämlich was ganz anderes. Jetzt einfach fünf Strophen weiter. Das Schlimmste ist Marcel, ich schlafe mit der Nachbarin, aber sie ist verheiratet. Und jetzt habe ich die Option, überzeuge Ehepartner zu verlassen. Ich mache das jetzt, überzeuge Ehepartner zu verlassen. Warte mal. Ich habe einen Krampf in der Hand. Beppo, du hast das gemacht? Ja. Im Spiel. Achso, ich wollte sagen. Ich habe einen Krampf in der Hand. Hilfe. So, dann. Jetzt schlafen wir wieder mit der Nachbarin. So, Beppo, du bist ja richtig aktiv in dem Spiel, mal? Ja, ich muss ja gute Laune haben, um meinen Job können zu machen. Was? Hure? Nee. Ich bin selbstständig. Umgespackt. Umgespackt. Ja. Safe. Bist du Hure im Spiel? Nee. Hast du Vodafone langsam, ehrlich? Ist das so ein Bundle, wo du Prostitutionen machen kannst? Oh, jetzt habe ich einmal weggeguckt und er hat zwei Noten verkackt. Ich habe so viele verkackt, Mann. Das ist, weil... Ich bin immer nur Gesang gewöhnt. Wieso hast du jetzt keinen Gesang? Weil ich es habe, oder wie? Nee, nee. Ich habe gedacht, ich fördere mich mal, weil hier nicht viel Gesang ist. Ja, ich habe mich hardcore ins Knie gefickt. Ist nicht schlimm. Oh, oh mein Gott. Ich habe den Controller nie gelegt. Alles gut. Au. Ach, ich habe einen Krampel in der Hand. Das wird wieder mal Maschine. Maschine! Wie du immer auf Perfekt hast, Alda, Respekt. Wer? Ich? Nee, Kim. Ich sehe das ja bei Kim im Live. Ich habe mich perfekt. Ich habe mega viele Noten verpasst. Ich meine, wenn du drauf drückst, dann steht bei dir immer an der Seite Perfekt. Ah, ja. Ja, weil ich spiele halt mega viel Just Dance und so eine Chance. Ich habe perfekte Noten, 690 war aber schwer. Drei verpasste Noten habe ich. Wo seht ihr das, wie viele verpasste Noten man hat? Ich muss auf 4 drücken. Ja. Hier mache ich aber jetzt wieder Gesang auf Mittel. Ne, wo habe ich das immer ge- weil ich habe sehr viel Singstar und Just Dance immer gespielt. Singen wir jetzt alle? Ja. Oh, das weiß ich nicht. Oh, wow. Da habe ich auch immer perfekt. Weiß das nicht. Oh, scheiße. Hast du auch Gesang? Ich glaube, ja. Ich habe zu... Ich weiß es nicht. Also hier ist Mittel eindeutig nicht so einfach. Nee, ich habe Bass. It was only a kiss. It was only a kiss. Das mussten wir wegen Marcel auch tausendmal spielen. Oh! 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 Cause the price I pay He's calling me And up to evil eyes Cause I'm Mr. Brightside Yo! Wir sind kein Chef Ich hab ja gesagt, wir müssen mal einen Singstar Stream machen Das ist lustig Digga, passt das ja ein übelst Leidenschaftsmittel, ey Na Luke, ich hab letztens überlegt mir das Single zu kaufen für die Playsi Zwei Mikros Dann leg ich los Ich muss nur meine beste Freundin eintüten Allein mach ich das nicht Ich glaub nicht Guck ich nach dem Lied auf jeden Fall, wer Ein Volli da gelassen hat Aber Ja, es gibt Singstar noch, aber es heißt jetzt Sing it Ich hab's letztens in der Hand Ich hab's mittlerweile schon vier, fünf Mal in der Hand gehabt Kostet glaub ich 70 Euro Ja, ich wollt's immer kaufen, aber Allein ist auch halt doof und ich muss wieder Dann wieder anfangen zu singen halt Meine Stimme hat übelst verkackt seit ich aufgehören hab das öfters zu machen Nello Nello, wenn das jetzt richtig ist, danke für dein follow und hallo und herzlich willkommen Wie geht's dir? Hey Nello Nello Bei Call of Duty Vielen lieben Dank für dein follow Dankeschön Danke, dass du hier gefolgt hast Es ist sehr, sehr süß von dir Ja Ja Unterstützung pur Was hab ich? Habe ich einwandfrei? Komm schon, bitte Kim Ich hab's zum ersten Mal gespielt und hab einwandfrei Warum ist Marcel jetzt gekittet? Weil wir drei von drei Lieder hatten Achso, ich bin nicht mehr auf vorne Muni, versuch dich mal auf Mittel Äh, was ist ein Einfachslied, was er auf Mittel versuchen kann? Ja, noch nicht Du kannst dich überlegen ein Einfachslied, was du versuchen kannst Das ist, ähm Gondermzahl Nein Ist dieses Mikro nicht auch geil mit dem Cupcake? Jetzt mal ernsthaft Cupcake Ist das überhaupt ein Cupcake oder ist das ein Eis? Was? Ich hab seit zwei Wochen Ist das Eis, ne? Was ist denn ein Einfachslied, was ist hier Hier geht sie unter Ja Kenji Lamar ist anscheinend das schwerste Lied, was kommt Wie spät haben wir das eigentlich gerade? Es gibt so gute Lieder von Ariana Grande und dann wie so'n Scheiß rein 21.24 Uhr, komm ich jetzt schon am Bett 20 Eigentlich waren wir doch noch mit Marceli verabredet Hast du ihm schon Bescheid gesagt? Wie? Maske? Ja, sein Cousin 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 4 5 5 5 4 3 4 5 4 5 5 5 5 6 5 7 7 8 5 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 6 6 7 8 9 5 6 7 7 7 8 8 9 9 9 9 9 10 11 14 10 9 11 12 14 14 15 15 15 15 15 15 16 15 am schwersten muss ihr singen und bass ich mach gitarre hast du dir die gitarre gekauft jetzt das schlagzeug ja ne moni ich wollte ihr das verschenken ich will x hamster ist das schlimmste ach das ist das eismikro das nehme ich auch was ich gekauft habe wie habt ihr jetzt wie habt ihr jetzt das so neben ich los ich hab gar nichts gesagt wenn die ds von der 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 ds ist es um gegenstände zu drehen bei mir war es glaube ich rechtsklick warte ich habe noch eins war da wo ist das muss man stimmt gibt mir diese konnte genau das stehen zu examen da hier können kimm bop von und zu examen und mal deinen vollen namen zu schreiben drückgeber weiter also du wolltest mir fast die gitarre holen Blacky, eigentlich hätte ich auch noch Kiwi genannt und mein Instagram ist Kimbali. Wie baust du das jetzt rein? Ich hole mir noch das Mikro. Irgendwann, Ende des Monats. Ja, weiß, ne? Also dieses Lied ist, das wird mir zu lang. Dieses Lied ist brutal, Leute, nur dass ihr es wisst. Oh mein Gott. Warum habe ich schwer gemacht? Nee, mittel, glaube ich. Ist einfach mal, dann komm mit hier. Oh, Luke, komm. Komm, Luke. I'm a myself. I'm a myself. Ich kann den Chat gerade gar nicht gucken, Leute. Es tut mir so leid. Nächstes Mal, Schiffer. Komm zu euch. I'm a myself. I'm a myself. I'm a myself. I'm a myself. Ist das mein Arntitel jetzt? Ach so, Kim. Übrigens, du kannst den Leuten nicht das schenken, was sie schon im Besitz haben. Ja. Das kann man immer sehen. Wann hast du das erst durch dir gekauft? Gestern Abend noch. Ach so. Da habe ich 8,99 aufgeladen. Ich habe vorhin für 40 Euro, glaube ich, aufgeladen. Null. Ja, das mache ich auch noch Ende des Monats dann, wenn noch mal Geld kommt. Dann kann ich mir das Mikrofon holen und noch Sander. Ich habe mir den McLaren geholt. Der einzige McLaren, der ich hier besitzen werde. Ich finde das Mikro hübsch. Ist Eis. Wäre mal kein Eis. Alias Famous Queen. Famous Queen heiße ich auch noch. Was muss ich machen, dass du dich so auf Twitch oder Discord nennst? Was? Das Famous Queen? Das Thema hatten wir schon. Ich bin bekannt in der Crisp-Hamster. Ich kann nicht meinen Namen jetzt komplett ändern. Dafür bin ich dann in den Kreisen aber zu bekannt, um das zu wechseln. Nennen wir es mal so. Ich bin baptized. Ich bin bloß Ça-Lo. Ich bin bloß. Ich bin bloß! Ich bin bloß! Ich bin bloß! Und jetzt! Ich bin bloß! Ein Name davon reicht. Jetzt gehen wir wieder brutal unter. Oh nein. Ich muss sagen, Famous Queen habe ich am liebsten. Nee, ich... Dann nenn mich X-Hamster, wenn es dir gefällt. Komm, X-Hamster ist ne Famous Seite, Leute. Just saying. Gibt's Schlimmeres. Sechs Lied. Ja. Das Lied war jetzt eigentlich nicht so gut. Ich bin 15, was erwartest du? Ah, du bist... Ja, okay. 13 verpasst und 16 falsch. 97. 98, juhu. Ist ja auch einfach, aber ist mir egal. Save your days for another day. Dann gehe ich wieder zum Gesang. Ich weiß ganz genau, dass du weißt, von welcher Seite ich rede, Blackie. Mach jetzt nicht so, als würdest du es nicht wissen, Max. Ja. Als hättet ihr mit 15 keine Pornos bekommen. Was macht sie denn? Ah, okay. Ah, klar. Da kommt die große Schwester raus, Blackie. Da kommt einfach bei mir die große Schwester raus, wenn es um sowas geht. Ich habe auch zwei große Brüder, also... Ich weiß, wie es ist. Also, es war fast 100. Ah, dann weißt du ja, was X-Hamster ist. Ah, du kleines Schweinchen. Ich weiß, wie es ist. Ich weiß, wie es ist. Oh, okay. Da habe ich... Was hast du gemacht? Ein Hamster? Der hat komische... Mein Hamster... Da habe ich... Mein Hamster, der hat komisch... Weißer nur geklebt. Ah, du bist so ekelhaft. Marcel. Er hat einen Hamster gekauft auf X-Hamster und der hat geklebt. Oh, wow. Jetzt habe ich so viele Noten verpasst, nur um mir diesen Scheiß zu geben. Und dann soll ich nicht die Schwester raushängen lassen, ne? Ja, da war Zuckerguss auf dem Hamster. Der war einfach in den Teig gefallen. Ich habe jetzt ein Fehler, glaube ich, gemacht. Eine verpasste Note, bestimmt. Ich habe richtig verkackt. Ich musste mir die Scheiße hier geben, deswegen war ich abgelenkt. Ja, eine verpasste Note. Jetzt kriege ich auch nur 99 Prozent, glaube ich, dadurch. Ich habe einfach 524 perfekte Noten von 700, Alter. Oh, Marcel, ist das dein fucking Ernst? Das hier machst du. Das machst du, dieses Lied. Auf die Bitte auf, Drums. Los, ihr Gesang. Los. Ich mache Gesang, ja, aber einfach. Das gebe ich mir nicht mehr. Nein, 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 das habe ich jetzt nur Profi gemacht. Ja, 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 ja. Du hast mich abgelenkt, Max. Hast du gesehen? Den Schwesternblick. Oh mein Gott. Ich habe gar nichts gemacht. Gar nichts. Oh mein Gott, jetzt habe ich verpasst. Jetzt kommt Marcel mit einem Ton. Ich frage mich, was das ist. Ich kenne das Lied, glaube ich, gar nicht. Nein? Nee. So, mehr passiert bei mir nicht. Ich fliege nicht. Mit Schlagzeug? Ja. Ja. Aber nachher geht der unter. Nein. Ich habe jetzt ein weißes Schlagzeug, hallo. Also gehe ich da nicht unter. Das Lied ist ein. Ah, Lucky Luke, wenn es so einfach ist, kannst du ja gerne mitspielen. Wir haben noch einen Platz frei. Ich fühle mich nicht gut, wenn du sagst, Max sagt, ja, aber ich muss die große Schwester dann machen. Wir müssen Marcel sehen, wenn er spielt. Was zum Teufel ist das für ein Lied, Alter? Oh mein Gott. Ich habe Beppo überholt. Alter, die Fresse. Naja, Bob groß ist relativ. Marcel, hör auf! Ja, aber jetzt bin ich aber auch scheiße, echt. Oh, so viele verkackt gerade. Lied muss man auf jeden Fall noch mal machen. Nächst, Heiner. Nächst, Heiner. Okay, ich bin bereit. Das Lied muss man auf jeden Fall noch mal machen lassen. Lied. 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 Ich habe auch Schlagzeug gemacht. Schöne Höhe, jetzt mein ganzes Haus nur. Einwandfrei auf Schlagzeug oder auf Einfaches, aber egal. Egal. Ist einwandfrei. Los, mach doch mal auf Mittel, du hast jetzt Übungen drin lospacken lassen. Ne, Moni, Moni, versuch es einfach mal, ohne Witz. Versuch. Auf Einfaches ist die ganze Zeit langweilig, das ist viel zu einfach. Wir können dir auch ein einfaches Lied suchen, wenn du willst, Süßer. Die ersten beiden sind einfach und danach kommt ein richtiges Lied. Dann machst du auf Mittel. Gordon darf entscheiden. Ach, Gordon. Wenn Gordon noch da ist, darf Gordon entscheiden. Mittel oder einfach. Leute, ich glaube, ich bin rausgeschmissen worden. Kann das sein? Ne. Gordonlos, sagst du, sie soll Mittel machen. Die ersten beiden Lieder sind doch einfach. Sonst ist das zu langweilig für euch im Sprean. Süße, Süße, komm, wir suchen dir ein einfaches Lied, okay? Nee, ich guck extra. Ich guck noch. Nurk muss wieder los. Küsschen aufs Schnüffchen. Weiß gar nicht, ob Gordon überhaupt noch da ist. Ja, ganz links aufs Schnüffchen. Gordon sagt Mittel. Ja, siehst du, also... Küsschen aufs Schnüffchen, mein Häschen. Ähm, Bad Guy, kannst du auf Mittel machen, ist echt nicht schwer. Ich verarsch dich nicht, ja. Bad Guy ist echt nicht schwer. Du musst ja gucken, wie ich spiele Schlagzeug. Nee, ich spiele nicht immer Schlagzeug. Nein, ich will auch ganz auf was anderes aus. Ah, ich mach zum Beispiel Gesang immer. Dann los die ersten beiden Lieder und dann geht's. Ähm... Ich glaube, der Hiltz ist auch gar nicht so schwer. Was willst du dann spielen die ganze Zeit? Wird du Schlagzeug, Gesang oder Gitarre? Was willst du die ganze Zeit spielen? Nein, sie will alles spielen, hat sie gesagt. Ich muss ja gucken, für was. Ich gucke immer. Also ich gucke auch hauptsächlich wegen auch den Aufgaben. Also hier habe ich auch, spiele Songs mit Bass. Jetzt spiele ich drei Songs mit Bass. Ähm... Also alle drei werden jetzt Bass. Bad Guy ist bei allem einfach, ganz ehrlich. Ich hab Bad Guy... Ich hab Bad Guy... Mach. Hier vorne. Ich hab Mittel auch eingestellt, das kann, äh... Kann man auch... Oh, ja. Ich hatte jetzt gesagt, das kann... ...Gordon auch bezeugen. Kann man nicht. Wir sehen das da oben an dem M. Ich muss dich jetzt sehen, wir sehen das oben. Achso, stimmt. Oben am M siehst du das Mittel. Ich brauche noch eine Gitarre für Bass. Oh mein Gott, nein, die obere... Ist nämlich auch hässlich. Ich brauche noch was für Bass, weil sie ist hässlich. Ja, meiner auch. Also ich brauche auf jeden Fall noch mein... Ich brauche nur noch mein Mikrofon und Bass. Dann bin ich auch zufrieden. Also das wird sowieso ein fester Bestandteil von Fortnite. Ja, es hilft. Es soll noch kommen, dass wir gegeneinander spielen können. Das Cupcake-Mikrofon, das ist geil. Äh, Cupcake sei schon ein Eismikrofon, Mann. Es wird noch eine Weile im Shop bleiben, keine Angst. Ja, ich hoffe es, damit ich das auch ja noch kriegen kann. Mein Schlagzeug brennt. Moni, ich will, dass du jetzt laut mitsingst, bitte. Oh Gott, mein Schatzi ist aber am Schlafen. Er scheißt auch, glaube ich. Dann sing so laut mit, dass wir es mithören. Ja, dass er bei Licht überhaupt pennen kann. Dass er aufsteht noch nicht. Epo, hör auf, geh du mit deinen Puppen da spielen. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. So. So. Profi, ganz viele, die er gespielt und war richtig gut. Ja, Beppo auch. Ich hab ja eine Gitarre gekauft, ne? Eine Guitar Hero Gitarre. Die nutzt du gar nicht mehr, ne? Doch, aber nicht im Stream. Ich verdrehe mir die Finger. Ich muss das öfters üben. Ich muss das öfters üben. Oh, meine Stirn kratzt. Oh, meine Stirn kratzt. Oh, meine Stirn kratzt. Oh, meine Stirn kratzt. Ich war fast auf Hund. Entschuldigung. Es ist noch keine 10 Uhr, ich darf schreien. you watch me ach so ich hab die falschen knopf gedrückt ja okay es ist aber in den städtischen kommen gucken wir jetzt mal wie viel einfach eine neue wohnhof oben aufbauen und das will ich beim haus beim haus und dann unten wenn du auf die wände einfach eine neue wand reinziehen und dann hast du oben rechts hast du doch diese pfeile neben einem neben deiner glühbirne da musst du den oberen dann kommt so eine zweite etage jetzt ich mache kein profi das ist gemein danke 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 jetzt wenn du mal irgendwann das haus fertig hast du bist in der zweiten etage gerade unterwegs aber dein sim der geht gerade runter brauchst du einfach das rechtsklick auf den zimmer drücken ja ich hab das ganze haus jetzt abgerissen ich baue es neu auf ich will auch noch mal so ein richtiges designerhaus hin klatschen ich bin etwas dumm aber ich finde nicht wo ich die boten fließend auswählen kann gibt keine bebo die sind aus hornbach hat keine mehr auf boden und dann kannst du auch ein bisschen gestört rechnen und dann kannst du nehmen ein paar kette und alles auswählen ok ich hab den ton verpasst bitte klipp das nicht glück ich will nicht dass das geklippte was mein er wird das machen und dann dann melden die leute sich wieder auf wie mit dem weight clip und er wird es klippen glück glück stopp glück bitte was cool was ich bin auch noch so dumm und habe glück das recht auf jedem meiner clips gegeben na ja selber schuld wie dumm ich bin seele verkauft ja ich merke schon die wirklich so bist du denn jetzt rein gekommen So, dann bin ich jetzt reingeschissen. Da bin ich. Kevin! Mal gucken, wie viel ich jetzt wieder hab hier. Ich hab drei verpasste Noten auf jeden Fall. 98 wieder. Sie ist im Stream! Sie ist im Stream! Kevin! 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 Aha, das ist ja gar nicht schwer da! Ahaha! Ja dann, ne? Ich hab Schlagzeug, guck dir meins mal an. Ja okay, scheiß drauf, komm. Alles nur weil... Und ich kenn das Lied noch nicht. Ich auch nicht. Was? Ehh, alter. D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D. Ach, viel Spaß. Ja. Okay. Ach schade, ich seh das bei dir nicht. Kevin! Ich geh komplett kaputt, alter. ich gehe auch kaputt mein blick sagt alles was ist es tut mir leid gordon das liegt mir so eine meinung und das spiegel mein disco dann seht ihr mal wie schön alter oh mein gott also marcel bei dir wenn du wirklich gerade schlagzeug macht ich war schlags ja mach da auch nicht einfach mein finger verkrampft ich verkack so viele noten gerade du spielst du warst wie über schlagzeug ich mache singen jetzt singen ist noch einfach als bass und schlagzeug das geht hier wieder das ist wieder entspannt marcel wird das jetzt so oft auswählen ich weiß das mein linker daumen ist schon so verkrampft also was jetzt geht es weiter hier war der war der war der spiegel mein mein ding zum glück wird das nicht geklappt so jetzt könnt ihr sehen wie schwer das auf weiter geht es weiter an einem 3 ich kann nicht so viel nebenbei gucken eine das sieht ja fast aus wie meins Ja, bitte böse untergehen. Wenn ich da so gechillt tanze. Ba, 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 fuck. Das wir überhaupt hier als Band Sterne verdienen gerade, ne? Alter, da schieb ich euch an der Schammerkund bitte. Oh, Luke. Das muss ich auch nochmal machen. Oh, was ist das? Oh, was ist das? Der hat 83 verpasst, 114. 90. Ja. Das Lied müssen wir nochmal machen. Boah, Leute. Aber die haben ein paar Lieder draußen, ne? Die müssen alle so schlimm sein. Boah. Was ist denn im Shops, im Shops, im Shops? Was im Shop? Was im Shop? Im Shop gibt es noch mehr von denen. March of Picks, war das jetzt das? Äh. Was gibt's denn noch? Ich hab doch ein paar von denen gesehen, da bin ich so... Das ist von Nine Inch Nails. Da. The hand that feeds. Das ist auch so. Das ist auch das coole Mike. Das ist neben Stitches. Das hatten wir doch drin neulich. Hatten wir das drin? Welches? The hand that feeds. Ne, das hat Kevin, glaub ich. Hier haben wir noch eins. Let's then. The hand that feeds hat Kevin, glaub ich. Let's then. Ah, ich kauf jetzt nicht noch eins. Alles klar, Gordon. Alles klar, Gordon. Was kaufst du nicht nochmal? Achso, Kim. Ich hätte noch 600, also ich könnte noch eins holen. Ich hab 2450, das heißt aber nicht, dass ich die kaufen werde. Kim? Ja, bitte? Hast du dir mal das Dingst angeguckt hier, diesen... Das Mike, was ich dir eben gesagt hatte, was ganz gut aussieht? Findest du das hässlich oder ist das nicht hässlich? Es wird nicht reingeschoppt. Hört jetzt auf damit. Nein. Ist das hässlich oder ist das nicht hässlich? Ich shop rein, wenn Ende des Monats Geld kommt, dann hol ich mir dieses Mikrofon hier. Ah, das? Mhm. Ich find das cool. Ich mag dieses Lied hier aber echt. Welches? Das habt ihr nicht gesehen, okay? Das habt ihr nicht gesehen. Was habt ihr nicht gesehen? Nix. Nix. Ähm. Hi. Welches Lied magst du? Was für mich kostest denn? Ah, das da. Ah, das ist mir ein bisschen zu viel girly-mäßig, weißt du? Mhm. Und welches Lied mochtest du? Highway Tune? Ich hab's schon gekannt. Also niemand hat gesehen, wie ich das jetzt... Sch... Sch... Alter... Glück. Glück. Das bleibt unter uns, okay. ich muss meinen schatz hier ein bisschen ja ja ich wollte gerade sagen mein spät ist abgekackt ich hatte auf einmal einen blauen bildschirm ja marcel ich habe dasselbe gedacht ich habe es im auge aber danke ich habe alles rot gerade bei mir eigentlich würde ich gerade eine rauchen zu schnell auf dreieck gedrückt so dass das lied vor eben dass man auf jeden fall noch mal machen und dann möchte ich dass ihr auch mal einmal schlackzeug spiel ich habe ja oben im bildschirm geteilt aber dann spielt es auch einfach meine wegen auch einfach ich mache das auch als erstes rein dann könnt ihr er kommt der hand auf schlagzeug einfach komplett schwer er bin hat es auch gelesen marcel alles gut und rein jetzt kommt es echt mit diesem das will ich noch mal machen ich will das was habe ich denn da gemacht gesang ach so hier moni du kannst als ich habe hier dieses ich mache es auf mittel dann wie hieß das gerade hier vorhin der hand that feet habe ich geholt du musst auf gitarre moni ist doch auch in ordnung oder nee du sollst auf schlagzeug du hast gesagt dann machst du einfach auf schlagzeug ja okay ist aber trotzdem alles voll ich weiß kim hast du auch schlagzeug nein ich mache nie schlagzeug ich hasse schlagzeug komm einmal ich hasse schlagzeug bei jedem lied das lied auf schlagzeug du wirst nein ich habe jetzt gesang auf mittel ich habe gesang auf mittel ich habe jetzt schlagzeug auf einfach und dann mache ich die anderen beide mit lieggitarre ich habe echt schlagzeug bei jedem lied tut mir leid leute nein ich mache es jetzt nur weil marcel sich das jetzt gewünscht hat ja also alle die jetzt in meinem stream sind viel spaß das wird jetzt richtig scheiße ich werde mich auch nur aufregen und ihr werdet doof also mich doof gucken sehen keine clips johnny ist da leute johnny ist in meinem stream johnny oh nein okay jetzt gehen wir gottlos unter so jetzt bei mir auf das kommt oh nein gehen wir gottlos unter ah fuck gerne johnny ich habe alle zu dir rüber geschickt und meinte komm geht lurken leute ich fahre auch lurken wir haben alle zu dir rüber geschickt alter bei mir ist es immer noch mittel vor ihr geht gottlos unter ich musste gefühlt alle tasten auf einmal drücken alter digga das lied auf schwer happy birthday und ich finde das lied so scheiße ist gar nicht meine musikrichtung jetzt ist das gerade noch angenehm für mich jetzt hier so das ist ganz chillig hier unter bodenlos das geht noch gleich werde ich wieder ausrasten oh nein oh nein bringt was also look du bist so ne pfeife echt sieht einfach aus machs doch selbst was was ist scheiß wir werden dieses lied so oft spielen müssen obwohl oh ja ich das lied jetzt schon nicht mehr hören kann ich habe einfach alles perfekt bei mir ne ja genau hatte mein genick hat gerade so laut gekommen welcher tanz der tanze das ist ja den ist ja auch gekauft hat und das ist ja auch mal zu dir jetzt Ja, meine Handgelenke tun so weh, Alter. Man muss mehr wichsen, Junge. Schaut einfach aus, ey. Mehr wichsen und weniger wichsen lassen. Ich wichse aber mehr als ich was war. Woher glaubst du, hab ich die Muskeln in meinem Handgelenk? Oh, wow. Konzentration, Leute. Konzentration. Jetzt gehen wir hier richtig ab wieder. Bis dann. Danke, dass du noch da warst. Wir schreiben noch sowieso. Oh, Gott. Mir knackt alles. Marcel geht wieder gutlos unter. So schnell kommen meine Augen gar nicht hinterher, Alter. So. aber den schlosschen finde ich relativ einfach meins ist von einfach okay jetzt kommt die wahrheit ans licht wie viel prozent habe ich 99 bei einfach okay okay er hat jetzt echt ein clip gemacht marcel über handgelenktraining jetzt sehe ich die clips wenigstens du bist bodenlos ja ich habe gerade eine eigene bein geschissen egal das büro heißt es auf deutsch kevin das ist eher meine musik das ist eh ja 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 Aber ich fresse einen Besen mit Ketchup, schwöre ich dir. Na, seid ihr alle schon gestorben? Nein. Ihr seid auf einmal alle so still. Ich hab saulange Töne jedes Mal. Oh, man kann Moni unter den Rock gucken. Und Marcel brennt für das Spiel. Kulasch. Oh mein Gott ey, das auch auf Gitarre zu spielen hier oben, Alter. Kann sich mal am Arsch lecken oben ey, leck mich auch am Arsch ehrlich. Und dann hab ich auch noch auf einfach, ne auf mittel hab ich gespielt. Wow, Wallabilla. Ja, okay. Alter, das schaffst du ja wohl, Moni. Das jetzt ja. Das andere war eben schon ein bisschen hart. Das erste war geil. Ich hab auch Schlagzeug mitgespielt. Ich hab auch Schlagzeug mitgespielt. Oh Gott, ich muss so husten. Dann wieder Assi-TV. Boah. Ich wollte in der nächsten Zeit wirklich wieder Assi-TV machen, weil ich ein paar Serien gefunden habe, die wir uns echt reinziehen können. Und ich habe herausgefunden, dass Barbara Saldich wieder am Fernseher läuft. Wir machen das jetzt in der nächsten Zeit wieder. Oh mein Gott, ich habe Gulasch in meinem Kopf. Mein Gehirn schaltet auch gerade aus. Oh, jetzt habe ich eine Note verpasst. Die Sache ist bei Lück, bei Assi-TV ist, ich brauche eine Person, mit der ich über Assi-TV reden kann. Weil wenn ich alleine kommentiere, ist das immer ein bisschen doof. Denkst du, jemand von Streamers.alu würde da mitmachen? Der kennt die ein bisschen besser als ich. Mö, das ist gut zahlt. also bekomme jetzt nicht mit einer bestimmten person wir wissen wenn wir alle meine er geht schon wieder zwischen der typ 2 verpasste noten 14 ja lüge du weißt wenn ich meine so jetzt gehe ich kurz auf toilette die hat sich wegen einer anderen sachen bei mir entschuldigt du verarscht mich mein gott war ich habe eine sache gerade erhalten muss gleich ausrüsten das darf ich nicht vergessen was denn weil ich kann jetzt dings ausrüsten hier dieses also ich ich merke es ist immer mehr leute geben die wohl nicht so glücklich sind wie der raider hat sie sich entschuldigt nein nein sie hat sich bei irgend für irgendwas bei lücken entschuldigt dann sehe ich wenigstens ein bisschen ein bisschen wie nennt man das zukunft also warum gehe ich nicht in bippo streamen tschuldigung wir gucken beppo zu beim bauen wir brauchen gar keinen beef und wenn dann nicht beef mit mir bitte ich will einfach in ruhe gelassen werden mein spiel ist abgestürzt bei mir steht die ganze zeit steile verbindung her ich starte noch mal neu weißt du als ich könnte mich ja auch aufregen glück dass ich so gut bei wie bei jedem halt löcke ständig löcke jeden tag löcke aber die sich so nie mal im stream hast du noch nie gesehen in meinem stream aber aber take it easy ich habe ja jetzt meine waitliste ich habe meine waitliste die heißt muni beppo und marcel und pascal muni könnte auch so in einem only sleeping stream machen mit pascal im hintergrund kann der echt schlafen wenn du so ein lärm machst und so gut ich krieg ich kann auch schlafen bei jedem lärm ich nicht ich schlafe auch wenn er zockt wenn ich ehrlich bin kommt es mir auch ganz viel vor bei den streamern die ich so angucke dass ganz viele davon einfach gar keinen plan haben was sie machen sollen in ihrem stream und deswegen gehen sie durch alles durch videos gucken spielen quatschen reden ja ich konnte die muren direkten kampeln die dinge 100 viel verbraucht sie sie noch sehr gemacht ne der band hat mich hat das geführt ich dachte beppo hat irgendwie geister oder so verdiene sterne indem du alter ich habe 491 sterne von 510 ich habe mich etwas verschätzen mit dem baum ich muss jetzt gucken dass ich die nötigen sachen wieder im haus aber gut es sieht schon besser aus wie vorhin mein badezimmer sieht besser aus sie ist zwar keine farbe an der wand aber ein bisschen schlimm wir sind noch in der renovation kleine spende äh kim schwarz rot oder 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 rot weiß beziehungsweise pink schwarz rot roma kim du musst einfach nur auf das mikrofon gehen roma kim schwarz rot weiß schwarz rot die uhr ich habe auch die die original wo ist die nachbarin schreiben sie in deinen chat wo ist die nachbarin die nachbarin die kommt später wieder vorbei dann wird sie wieder flachgelegt ich habe auch um den joker den habe ich bisher nur einmal gespielt stellen wir das mal dahin ich habe genau den gleichen charakter den gab auch hat den skin meine ich ich habe die passende harley weißt du noch damals marcel als wir angefangen zu spielen das erste was ich gekauft habe weil harley quinn das war der erste skin ja den habe ich dir geschenkt ja weil ihnen schon keine ahnung monat am spielen war ich habe angefangen und so also ich vorne ja aber du hattest so einen no name skin und ich wollte dir halt was schenken war ja noch bei den standard skin ja ja ich habe immer gesagt ich kaufe nix ich kaufe nix ne ich stecke hier kein geld anlöcke für humeret und jetzt leider ich habe keine ahnung wie viele skins ja also die skin das skin kaufen macht übel süchtig ja so und wie viel hast du jetzt für für diese instrumente da hast du jetzt nur das schlagzeug gekauft oder hast du auch andere ne ich habe nur das schlagzeug ich spiele ja meistens nur schlagzeug ich denke das brauche ich nicht den bass den habe ich aus der aufgabe von teenage mutant und da gab es eine aufgabe zu naja den mini battle pass vom teenage mutant oh den kriegst du automatisch das kostenlos ich muss niesen ach so danach mache ich aber aus leute weil ich muss noch ein bisschen an meinen bannern arbeiten recht recht ihr beide gesang oder was ha mhm also ich brauche noch etwas bei euch ich bleibe auf dem schlagzeug mal gucci ah ah ich finde die hat so einen geilen S in dieser Hose warte na 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 oder oh mein gott oder oder oh schon nice ich muss mir das von nahem angucken eat nida mein Volk ah Marcel Marcel fick dich na oh komm mir nicht mit Skins Bruder haha wow den habe ich nicht battle pass warte warte na den anderen habe ich aber auch hier den wo Krimo draufsetzt hab du den warte ja den hab ich auch nah developmental du wer hexte hab Du den hab du den nee warte warte warum macht er das nicht jetzt dem warte warte habe ich nicht oder der hier das ist auch geil und vorbei ja den habe ich auch aber den wird mir hat nicht angezeigt toll also das der schlimmste ich habe letztes mal geguckt ich habe über 50.000 die box ausgegeben also wenn du guckst der der am allermeisten von uns allen geld ausgegeben hat im spiel ist kevin um welten und ich will euch nicht aber der hat bestimmt um die über 1000 euro da reingesteckt ungelogen und mit all den den skins die er mir auch noch geschenkt hat und kevin hat bald so ein account wie trimax wer das liegt dann ausgewählt marcel das kann nur marcel sein und so cool ist für mich die größte trufe gewesen um geld rauszuschmeißen mittlerweile bin ich absolut überzeugt dass ich dann gut 4000 euro ausgeschmissen hat so jetzt gehen wir mal eine rauchen und danach müssen wir wieder geld verdienen weil man in der wohnung sieht etwas traurig aus machen schiet ich schiete nicht ich verdiene mein geld ehrlich so jetzt Oh, mein Genick hat gerade so laut geknackt, Leute. Ich werde gleich anfangen zu leuchten wie ein Knicklöchchen. Das Beste, was ich mir echt auf dem PC geholt habe, ist WhatsApp. Oh wow. So unstressig. Hat ein 3.000 Euro PC da stehen und nutzt WhatsApp. Ich weiß, ob dir mein Genick knacken? Hast du das knacken gehört, Luke? Ich glaube, das hat durch halb Luxemburg geknackt. Ich kann deinen Genick knacken lassen, aber dann stehst du nicht mehr auf. So, Luke, ich habe mich letztens gefragt, hast du eine Schwester, die Joy heißt? Okay. Nein, sie heißt Marvin. Okay. Oh mein Gott. Ich habe was. Rauchen. Rauchen. Alter, dieses Lied. Ist es vorbei? Es ist vorbei. Es ist vorbei. Oh. Ah 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 ah. 99 % Attorney. Oho. Hätte ich keinen Fehler gemacht? Ja. Hätte ich nicht diesen Erylfiller gemacht, hätte ich 100 % gehabt. Ja, nein, okay. Dann verwechselt sich mit einem anderen Lück. Komm, ich mach auch mal Gesang. All auf Mittel, ja. Sehr gut. Dann gucken, wie gut ich bin. Auf Gesang? Das ist nicht schwer auf Gesang. Ja, guck, ich hab schon verkackt, die erste Note. Gut, Kimberly. Boah, ich hab ein Video geschickt bekommen und ich war so mit einem Auge auf dem Video. Oh, ich hab verkackt. Oh, ich hab verkackt. When you're gone, Oh, oh. I say, Oh. Watch. Musik 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 Ich bin hier gerade halb am sterben, Leute. Ich war am einpennen gewesen, Alter. Und du bist fast am einpennen gewesen? Ja, verrücklich mit decorated. fulfilled, Alter. Na, spiel mal lieber wieder dein Schlagzeug. Mein Gehirn hat sich gerade ausgeschaut, Alter. Obwohl hier Gesang, ja, ich probier mich auch hier oben auf Gesang. Ja. Hm. Was das auch immer ist, aber... Das ausgewählt? Accounting Stars, kennst du das nicht? Ich glaub nicht, ich muss es hören. Und man wie Public? Safe, Safe, kennst du das? Kennst du das? Das muss ich erstmal hören. Baby Ani. Doch, kenn ich. Oh mein Gott, wer das noch im Shop wäre, ne? Das ist Yana's Lieblingslied. Wer das noch im Shop, ich würd sofort kaufen. Das, glaub ich, keine Ahnung. Ich glaub, es ist noch drin. Ja. Ich hab's damals gekauft, weil es Yana's Lieblingslied ist. Wenn das wirklich noch drin ist, dann muss ich gleich 899 aufladen. Wir haben erst haufenweise die Lieder rausgenommen und dann haben sie doch wieder alle reingepackt. Dann scheiß ich auf alle Zigaretten, ey. Ist mir egal. Ich muss danach nur kurz Pause machen. Oh, eine Lieder verkürzen. Oh, eine Lieder verkürzen. Oh, eine Lieder verkürzen. Das war eine Lieder. Tschüss. Ich schlag hier gleich ein, weil ich so müde bin. Meine Medikamente wirken, wirken gerade. So, ich spät wieder Dach. Er kommt zurück. So dann, jetzt müssen wir... Hey, er hat das Dach nicht mitgenommen. Jetzt müssen wir wieder Geld verdienen, damit wir unser Haus hier weiter renovieren können. So, dann nehmen wir einen Job für 6000. Aber man sieht mir an, dass ich fast einschlafe, ne? Ich habe gerade so einen Daumen. Trink ein Genergy. Mein Fieber kickt gerade. Ah, meine Nachbarin ist wieder da. Hm. Ich bin wieder gefügelt. Ja. In meinem neuen Bett, wo ich... So viel Action hat der Web auch schon lange nicht mehr. So. Könnte man fast neidisch werden, ey. Der einzige Action von uns viel hat, ist Marcel. Ne, so viel Action auch nicht, ne? Kommt vielleicht zweimal im Monat vor. So, ab in die Kiste. Dann ist er wieder produktiv zum Arbeiten. Ich schlafe ja etlich gleich ein. So, kochen wir noch Frühstück und dann kannst du gehen. Ich muss mal gucken, was für eine Frau noch in der Nachbarschaft sind. Ich habe eine Note verpasst. Eine blöde, verfickte Noten-Sohn. Alter, ich habe gerade voll viele verpasst auf einmal. Drei, glaube ich, verpasst. Drei oder vier. Seid froh, dass der Kondola nicht geflogen ist. Aber zwei verpasst habe ich. Zwanzig. Alter, ich habe gerade nicht reingeschossen. Ich habe nur noch eine Note verpasst. Eine fucking Note. Eine fucking Note. Eine fucking Note. So, wer wollte das Pause machen? Ich. Guck mal, wo ich erst bin hier, ey. Es gibt es halt ehrlich noch. Scheiße. Wie ich gerade mal bin im Battle Pass, Alter. Ich bin noch... Warte, wo du noch im Battle Pass bist? Sekunde. Ich bin noch die letzten beiden. Ja, tschüss. Ich habe mir den auch nicht gekauft, weil... Warum? Ich will ja die oberen Sachen... Die kriegst du ja gerade aus. Ja, ich weiß. Deswegen bin ich ja da so hinterher. So, jetzt haben wir ein Problem. Warum? Ich muss das Spiegel, ey, das ist... Ich bin guter Klo. Ja. Couchings... Count... Digga. Counting Stars. Die Job muss ich fertig haben bis zum Mittwoch, wir sind Sonntag, das ist gut. Yay! Ich bin ein Jahr älter geworden. Ich habe Geburtstag. Ich rufe meine beste Frau dann an und sage ja, hier, gib mal 40 Euro rüber. Nein, Mann. Die hat mich übrigens heute wieder darauf angesprochen, Kim. Auf was? Wegen... Wegen dem Geld. Ach so, ja. Schon wieder? Hm. So, Leute, ich mache jetzt den Stream aus. Ich gebe euch weiter zu Moni. Oh, ich bin müde und ich muss noch ein paar Banner bearbeiten. Aber ihr hört meine wunderschöne Stimme noch bei Moni. Also, danke, dass ihr wahr wart. Ich küsse euer Herz. Danke für die tollen Clips, die ich jetzt wieder bearbeiten kann. Dann, wir hören uns, Leute. Tschaui. Wow. What can I say except you're welcome? Ja, in dem Sinne, danke für deinen Look. Vielen lieben Dank. Danke dir, meine Liebe. Gerne, gerne. Ich muss das Spiel ausmachen, weil ich merke, dass mein Kopf so am Arsch gerade ist. Gordon ist immer noch am Stissel. Oh, ja. Aber ich überlege gerade. Ich bleibe ja noch da, aber... Hol' ich die jetzt oder nicht? Ah Gott, jetzt fucktwitscht mich schon wieder ab, Mann. Gucken wir erst mal kurz. Gucken wir erst mal. Es geht nicht. Oh, aber wenn ich voll hell... Ja. Geh nicht hin, nasslich. Geh nicht hin, nasslich. Ja, ja. So könnte ich... Nein, nein, hör auf. Ich guck Beppo ein bisschen zu. Ich schließe den PC jetzt mal wieder an. Oh Gott, ich überlege immer noch, morgen hier zu bleiben oder arbeiten zu gehen, aber ich hab' Piep. Es waren 20.40 Uhr. Bin auch gar nicht wirklich müde. Und Kevin ist immer noch wach, Leute. Aber er sitzt nicht mehr bei dir, ne? Keine Ahnung, ich weiß nicht, was er macht. Er ist nicht hier. Wo steht irgendwas? Oh, ne neue Nachbarin. Kommen sie durch rein. Beppo, du musst dich hier alles ficken. Doch. Ich setze überall in der Nachbarschaft neue Beppos. So, wieder da. Ich komm wieder, weißt du, und Beppo das erste, was ich höre, ich setze überall in der Nachbarschaft neue Beppos. Beppo will die Herrschaft, äh, ach, die Weltherrschaft an sich. Warum bist du jetzt rausgegangen, Marcel? Oh, je, 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 je. Oh, komm. Ich kann mich grad kaum noch konzentrieren, ey. Ah. Ihr habt doch gemerkt, wie ruhig ich bin. Oder wahr? Das stimmt. Okay, jetzt schlafen. Jetzt weiß ich, kann mein Handy jetzt hier wegmachen. Also, Joni sagt euch allen Danke, dass ihr in seinen Stream gekommen seid. Gerne. Gerne. Gerne, gerne. Erst schlafen, aber ich sag's ihr morgen. Perfekt, ja. Perfekt, du siehst doch gar nicht so auf. Wie, was schnupperst du hier eben? Noch zwei Stück Tausch und vier Hunde. Auch mit Lächeln ist mir scheißegal. Ich frag mich grad, welcher Chris das ist. Das war nicht meine Freundin, ne? Nee, die heißt ja anders. Ich frag's, woher die jetzt kommen. Aber dann ist, sind die das nicht. Ich weiß nicht, ob das derjenige war. Jetzt noch. Das ist sogar eine rothaarige. Was ist denn da los? Hat er die jetzt schon geprobt? Nein, nein, ich bin noch in der Kanan, der in den Fass. Und dann geht sie einfach so an deinen PC? Ja, ja. Aber wie groß denn dein Haus ist, Alter. Heftig. Was willst du denn alles reinstellen, ey? Hier, der Bettbrot. Krass, Alter. Ich hab gut verdient bis jetzt. Mein Haus kennst du ja, ne? Ja. Deine kleine Brotdose da. Das ist ein Mini-Haus. Das ist so ein Zwischending zwischen Tiny-Haus und normales Haus. Ja, jetzt würde ich das, ich würde es auch so nennen. Ich hab das Haus für 14.000 gekauft. Nee, das ist so, es gibt Mini-Häuser. Es gibt Mini-Häuser, die sind nicht größer als 60 Quadratmeter. Oder 70, glaube ich, woanders. Er wirft einfach seinen Müll sofort vor die Tür innen. Natürlich. So, kochen wir jetzt mal was. Okay. Okay. Ich hab früher Sims auch übertrieben viel gespielt. So, jetzt gehen wir mal eine Runde scheußen. Und dann wird vorhin. Jetzt mal eins auf, wer spielt im Lego-Modus? Kevin. Kevin hat ein bisschen reingespielt. Ich noch gar nicht, bin ich ehrlich. Ich find's ultra krass doof. Ich fand das Event schon doof. Und wie die dann aussieht. Dann hab ich noch das Spiel Party-Animals. Mal gucken, was er da genau arbeitet. Wer ist er denn? 6.000 Euro Party-Animals. Alter, die haben doch einen Schuss. Wer ist 6.000? Eli. Elias, der macht wieder seinen Cup. Eli Geller Cup. Der spielt jetzt Dark Souls. Nein, ich hab ne Rechnung von 1.200 Euro zu zahlen. Und da einmal gewinnen, ey. Was spielt denn da mit? Rohan. Hier Elias. Weepass, Rohan, Willi und Micky. Meine Nachbarin ist wieder da. Komm, hebeln wir mal die Stimmung etwas. Oh, wie schlecht, Alter. Müsstest... Mich würd's mal interessieren, wenn ich jetzt zim starte, ob ich deinen Haushalt auch finden würde. Bitte, Frau... Und ich glaub nicht, warum... Ich glaub nicht, warum... Ich glaub nicht... Yay, Fräser... Feuerwehr... Ich würd da gerne mitmachen bei diesem Cup. Karin, doch. Eli Geller Cup. Puh, das ist der größte deutsche, äh, deutsch Streamer aus Deutschland. Elias. Ja, Moin, ey. Gut, so für 11.99 Euro. Äh, Dings, da hast du Battle Pass, Crew Paket, V-Bucks, Rocket Pass. Das heißt, du kriegst auch in Rocket League den Pass? Jo. Ich hab geheiratet. Ja, Moin, Alter. Au, au, weh, weh, Alter. Das geht ja echt schnell bei dir. Ja. Aber ich möchte da etwas Drama auch drin, ich werde hier fremdgehen. Okay, gut, davor, gut. Geht's jetzt erst satt. Gute Zeit und schlechte Zeit. Setze Glanzleistung rein. Zuerst, das Leben läuft alles schön, alles wunderbar, Frau kennenlernen, heiraten, Kinder kriegen, dann kommt der Streit, die Trennung, die Lügen. Was ist denn die Jam-Bühne? Ist ja, ist ja Modus von Musikdings, nur wo du mit anderen Fingern stehst, mit anderen Leuten. Weil da kriegt man auch ordentlich was, ne? Ja, Erfahrungspunkte, oder du musst eine Aufgabe, glaube ich, machen. Weiß jetzt nicht. Oh, 60, 60, 60, 60, 60, 60, da kriegt man auch ordentlich was, finde ich. Hier kriegt man 420, tägliche Aufgabe auf der Jam-Bühne ab. Das ist... Aber das ist doch das hier, oder nicht? Nee, das ist Festival. Das hier dann. Jam-Stage, genau. Können wir mal reingucken, ne? Scheiß drauf. Einfach mal kurz gucken. Jo. Ich muss ja irgendwas abschließen. Was soll ich nochmal abschließen? Ich spiele 5 Minuten lang auf der Jam-Bühne. Geht doch fit. So, übrigens, ich trage heute wieder Hemd. Oh je, warum ist das denn? Weil er ist auf Arbeit nur Hemd. Echt? Ja. Also, jetzt mal ernsthaft. Hast du einen Bruder? Nein. Einen Halbbruder, ja, aber der sieht nicht aus wie ich. Der sieht aus wie mein Vater. Wie heißt denn dein Halbbruder? Der kommt nicht von hier, den kennst du nicht. Ich schwörst dir, du siehst jemanden so hardcore ähnlich. Das f*** mich so hart. Ich hab so viele Doppelgänger, in Anführungsstrichen. Ja, der heißt nämlich Kai. Okay, Kai. Keine Ahnung. Der erinnert mich so extrem an dich. Das ist so Wahnsinn. Kai Pflaume. Ja, ich seh aus wie Kai Pflaume. Der heißt Kai Pasek. Kenne ich nicht. So, muss ich jetzt hier irgendwas machen? Ja, drück mal deine Emo-Taste. Oh Gott, ihr seid alle so leise. Hilfe. Was? Du bist grad voll laut hier. Dann stell dich aus dem Kreis raus. Ach so. Jetzt. Was muss ich hier machen? Deine Emo-Taste drücken. Und dann? Genau, und da kannst du das machen. Ja, auf der GEM-Binion, ja. Also wie gut Eli einfach in diesem Spiel ist. Und was genau muss ich dann jetzt damit machen? Einfach auswählen und dann mitspielen. Du musst in dem Kreis sein und dann auswählen. Ja. So, wir brauchen nochmal... Und das muss ich jetzt fünf Minuten lang machen und dann kriege ich Punkte oder was? Äh, jup. Ich hab's nicht gemacht, weil es mir zu langweilig ist. Mach rein, mach rein, mach rein. Welchen Job nehmen wir an Puzzle-Plattformer? Regeln wir 6000. Oder wir programmieren nochmal ein MMO. Ich glaub, ich probiere... Programmieren ein MMO. Oh, hier ist die Oma Pen. Nein, mein Computer ist kaputt. Da geht er pennen. Ja, morgen wieder muss ich mal aufstehen, ey. Ich darf den Laden wieder aufmachen und wieder abschließen. Du hast doch deine Pulls. Ja, die müssen auch aufmachen und abschließen. Beziehungsweise... Warte mal, warum hab ich MMO überhaupt? Ähm. No, no, mein Dias, love. Ich habe Mord. Todeslaut, Alter. Kann man das auch leiser machen? Na, auch wieder mit Kyra aufnehmen. Ach, Quatsch, schmeiß den... Schmeiß den Hund rein! Oha! Ich... Ich habe Mittwoch zum Weindienstag mit meiner Chefin. Naja, das ist kein Zufall. Darf ich Weindienstag mit meiner Chefin abschließen? Ah, ja. Richtig gut. Dann macht sie die Tür zu und sagt, Marcel, willst du etwas mehr für dich? Nein. Nein. Richtig unnötiger Tag, Weindienstag. Ich habe zu meiner Chefin auch gesagt, weil sie gefragt hat, wir müssen uns was einfallen lassen. Ich habe gesagt, wir können alle zusammen packen und Steine schmeißen. Wir können den Tag einfach gelinde ignorieren. Ja, werde ich auch. Kann ich mal gucken, ey. Oh mein Gott, wie sieht das verkloppt? Lauf! Au! Oh mein Gott, ich bin voll drin. Mach auf, mach auf, mach auf. Pull, 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 pull. Pull! Ich nenne mal ein neues Spiel, das ich hier fertig habe. Marcel raucht eine Kippe. Boah, hier, fünf Minuten lang. Ich habe tausend, äh, hundertfünfzig. Ja. Oh mein Gott, ich bin so hardcore drin in dem Spiel gerade. Bringt zwar gerade nicht wirklich Content, aber... Muss ja bisher nicht... Hm? Ich habe das richtige Sprichwort für uns gefunden. Was? Sobald der Regen vorbei ist, wird der Regenschirm für alle zu Last. So endet die Loyalität, wenn der Nutzen aufhört. Nicht jedes Lächeln ist echt. Ja. Ja. Ist so. Was soll ich sagen, so viele Hurensöhne, wie wir getroffen haben die letzte Zeit. Oh ja. Ich reg mich nicht mehr auf. Dann bin ich mir mit schlechter. Das Video ist für dich. Hm 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 hm. Das speedet, man. Elias ist ja echt scheiße da drin. Äh, eh, scheiße. Du hast mich richtig gefickt, Digga. Ah, Schiff Strubbel ist auch dabei. Ich kann Schiff Strubbel nicht ausstehen. Wieso kann ich nicht nebenbei gucken? Wegen den Aufgaben? Yeah, wieder ein Schiff Strubbel. Ja, kannst du noch. Ne, wenn ich Touchpad drücke, kommt nix. Selbst wenn ich hier bin. Er sagt nichts. Ja, okay. Drück mal Start. Ja, okay. Ne, dann geht das wohl nicht. Komisch. Genau. Kevin ist immer noch wach. Kevin ist noch immer wach. Jaja, ich will ihn vorstellen. Er kommt immer rein, sagt Gute Nacht und dann geht er. Wer? Kevin. So. Aber ich glaub jetzt, ich geh mit ins Bett, weil ich für mich echt scheiße. Ja, ich mach auch diese. Ich wollte auch schon vor 5 Minuten gehen. Ich warte bis er reinkommt, dann geh ich mit. Echt. Vier Stunden später, Kevin, A Han Bang... Komme? Mhm. Okay, dann bis morgen. Bis morgen. Bis morgen, tschau, tschau. Joe, see you. Tschüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü Sagen wir das auch nicht leise, aber. Aber wir müssen auch wieder Party-Animals spielen. Ja. Wie wir uns da verkloppt haben. Das war lustig. Meine Frau ist da. Epic Games. You. Don't. Know. Ich fühle Ellie einfach gar nicht. Jetzt muss ich kurz gucken, ob das funktioniert hat. Ja. 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 Hallo. Ja. Nein. Ja. Nein. Heftig, die sich alles aufregen. Das ist aber auch Hurensohn-mäßig gespielt. Die haben die anderen so lange festgehalten, dass die nicht einen Punkt machen konnten. Ich musste niesen und du bist genau in den Moment reingekommen, als es fast da war. Ich musste niesen. Es degradiert sich von Minute zu Minute. Dann will ich auch gleich mal anfangen, jemanden zu raiden, ne? Könnte man nicht auf den Kopf schlagen? Wen könnte man denn raiden? Ja? Ja, sonst schlafe ich ein. Und ich hab Bauchschmerzen. Komm. Also Gordon, wir raiden jetzt hier unseren Beppo. Bin ich jetzt dafür? Was? 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 Danke. Was? Was? Alle, die jetzt sonst mit hier noch drin sind. Ich danke euch, dass ihr alle heute da wart und ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder. Und dann wünsche ich euch einen schönen Abend. Herzlichen Glückwunsch zur Hochzeit, wollt ihr hier zusammenziehen? Ähm, ihr könnt ja bei Beppo auch ein bisschen Liebe da lassen. Ich könnte auch einfach bei Beppo so melden, damit er blockiert wird. Nachdem Gordon, ich hoffe, du schneidest hier bald wieder rein. Ich schneid jetzt in mein Bett. Dann schneid mal in dein Bett. So, dann raiden wir jetzt mal den Beppo. So, Leute. Dann schlaf gut. Wir hören uns morgen. Gute Nacht. Grücke gleichfalls fürs morgen. Ciao, ciao. 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 Obwohl, dass ihr Kind beim Mann gelassen hat, konnte ich ihr Kontostand auch plündern und habe mir einfach 20.000 bet gegeben. Oh, das hat geklappt mit Raid. Ich bin so ein Unmensch. gottchen wenn ja jetzt eh sozusagen alle schlafen gegangen sind dann kann ich ja hier auch entspannt hier einfach nur diese jazz bühne hier machen eine halbe stunde noch bis das alles fertig ist und dann mache ich auch immer die schicht im schach aber nein schon bin ich auf jeden fall noch da wollte ich den anderen das nicht anruhen das ganze laute hier ocht mein lieben gordon wollte ich das nicht antun der gordon kann mich ja auch noch hören hier so so Zamboum in a bosh. I'm a new family. Hier kann man einfach so richtig schön sein. Ja. Was ist... Nein! Was ist denn jetzt passiert? Nein! Oh, Mist! Das ist jetzt nervig. Gut, jetzt bin ich pissig. Das wollte ich nicht. Wieso hat er das nicht abgespeichert? Jetzt hat er meinen alten Spielstand aufgeladen und all die Arbeit, die ich vorhin gemacht habe, ist so nicht schlecht. Ja, ich bin eigentlich einig. Ah, ich bin einig. Ich habe ihn gesehen. Okay, das ist wieder eine Bedeutung. Ah! Ha ha ha! Oh! Uchima, Freepa, Ringla, Manoel, Senusha, Florides, Webonk, Waburani, Trangela, Florides, Yanni, Upa, Se, Yanni, Yagla. Ah! Huh! Hm! Garbuff! Ah! Ooh! Shoo! Ha ha! Uh-huh! Huh! Yaddafell, Pl- Ha ha ha! Ah! Ah! Das war's für heute. Das ist ein Arzttermindom. Keine Ahnung. Also wenn der ja auch steht, spiele so und so lange auf dieser Bühne, ne? Ja. Dann muss ich doch auch was machen, ne? Ja. Okay. Okay. Aha. Oh, jump. Ow! Untertitelung des ZDF, 2020 Okay. Das war's für heute. 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 Ich drai, das war's für heute. Das war's für heute. Ich bin ja älter geworden. 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 Oh, meine Geburtstagsparty ist vorbei. So, wir müssen das bis zum Dienstag fertig haben. Das wird ja lustig. Jetzt müssen wir aufräumen, aufräumen, aufräumen. Oh, Luke, wannst du noch Tobas? Mein Nopesh kommt Lounge. Ich bin ja älter geworden. 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 Aber warum hat er dann schnell geschlafen? Ist das normal? Also bei mir ist das wirklich so eine innerliche Uhr. Ich würde, egal wie spät ich schlafen gehe, ich bin immer so gegen 10, äh, zwischen 10 und 11 stehe ich auf. Das hätte ich auch gerne. Schnellig, Schnellig, Schnellig! Oh, Schnellig! Spino? Dann kann ich das nicht weitermachen. Uh! Was bist du denn wie eine Schönheit? Yeah, hör auf zur Arbeit, denn geht der. 7a? Boring. Ma, doch? Finosa. Brop. Sa, Ravidja. Us, lüs. Dodeweb. Uh, Lough. Papen. Bachi. Chipoma. Chuna. Vinel. Eww. Saba. Ambre. Das bember. Das Gryffen. Was geht hier schürfen? Was geht hier schürfen? Oh, das ist das? Ja. Biba Bawa? Ja. Pizuheza Jensima? Oh. Mibs bakumbagana? Tumura? Sabno? Deroi? Snibara Watanidi? Tiba Bamel? Oh, ja. Mibbinkoya? Adumda? Flalakau? Biba? Sure san... Schabini Ich denke da sind noch welche da, ich hab noch 5 Zuschauer Oh man, so lange auf diesem Stuhl zu sitzen ist unangenehm Ich kenne das auf dem Bürostuhl, ist das nicht anders Ja, hol nicht rum, arbeite, wenn du rumholst, dass deine Deko so billig aussieht, dann musst du Geld machen, Junge So, geh mal ins Klo Und dann gehst du schlafen Wir müssen nämlich morgen unbedingt das Spiel fertig programmieren und danach die Design Dokumente studieren Aufräumen, putzen und danach kochst du dir ein veganes Menü Mal gucken, ob wir jetzt die halbe Stunde hier fertig haben, ne? Oh jei, die Beine hab ich nach hinten geknallt, oh Das wär jetzt was geworden Wann hab ich jetzt 10 Battle Pass Sterne gekriegt? Check ich nicht! Ich hab noch nicht mal 25 Minuten eins da Säck, das wär ein Säck Ein bisschen muss ich noch Ja gut Dann gehen wir da wieder rein Oh, ich bin gleich noch schnell Was? Ich hab ne Rechnung von 600 bekommen Schau mal bitte PN Oh, Gordon Gordon, mein Lieber Da guck ich doch glatt mal nach So Ja, alles gut Was sind die hier voran schon? So Wieso? Achso, du bist morgen um diese Uhrzeit Was? Nee, äh Gordon hatte bei dir im Chat geschrieben Gordon ist noch bei dir drinnen Und hat gesagt, dass ich mal PN schauen soll Ah, du sollst die PN einmal schauen Mhm Okay Der Gordon guckt dir also auch noch zu Hehehe Der Fieber, ob ich meinen Job schaffe Weil wir sind Montag Und ich muss das verdienen Seit 9 Uhr muss ich meine Arbeit fertig haben Sonst gibt's keinen Lohn Hehehe Es geht um 6000 Hab schon mit meinem Schatzi gesprochen Hab schon zu meinem Schatzi gesagt Ach dass Gordon ein Loyal Loyal Just zusch Zuschauer ist Ich kann sowas nicht aussprechen, es tut mir leid Du bist Deutsche Lache 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 liegt man nicht wegen dem, die Idee dahinter, ein virtuelles Leben zu führen da. Es ging mir eher darum, ich fand es geil, Häuser zu designen. Die Ironie dabei ist, dass es heutzutage mein Job ist, das zu machen im reellen Leben. Eins ist schon mal klar, ich kann das nicht. Bin so doof dafür. Ich hab da erst früh als Kind masseweise gespielt. Und Sim 2 fand ich damals auf dem Gamecube so geil, weil man da einfach in dem Koop-Modus spielen konnte. Und ich hab das über Stunden mit meiner kleinen Schwester gespielt. Komm, wir haben gleich geschafft, die Design-Dokumente zu studieren. Geht richtig schnell. Ich bin schon mal trinken verliegt, ey. Ich fühle mich jetzt gerade alle Nerven hier, ich will doch nur was trinken. Komm, 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 komm. Komm, nur noch ein kleines Stück. Dann haben wir das Schlimmste hinter uns. Komm, der Kreis ist fast voll. Yeah! Gordon, musst du nicht nachher wieder arbeiten oder hast du morgen Spätschicht? Jetzt bin ich verwirrt. Oder hast du morgen auch frei? So, dann müssen wir nur noch die Dokumente. Ja, Nachbarin kommt vorbei. Ich brauch etwas Entspannung. Morgen auch frei. Und ab Mittwoch vier Tage Frühschicht. Uiuiuiuiuiuiuiuiui. Aber bin die Kiste mit der Nachbarin. Aber ich hab auch erstmal lange frei. Die hat auch den Pass. Oh, auch so ein richtig schönes Lied. Ich hab meinen Job geschafft. Richtig gut Kohle kassiert. Boah, geheilt. So, nächstes Ziel haben wir. Wir müssen 35.000 besitzen und 75.000 verdient haben. Was ist denn los? Was ist denn? Ja, da geh aufs Klo. Ich muss fragen, warum kannst du mir auch per, wenn du es nicht öffentlich sagen möchtest. Warum ich geheilt brauch? Oder was meinst du jetzt? Ach. Warte, was steht da? Ob wir noch feiern, Mittwoch, Viertag, Frühschicht, dürfen wir uns fragen, warum kann ich... Kannst du auch per, 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 schreibern, wenn du weißt nicht öffentlich sagen möchtest. Was genau? Nicht öffentlich sagen möchtest. Oli. Oh liebe Güte, hier ist mein Waschtisch schon kaputt. Schon wieder kaputt. Kannst du auch bei der PN sonst gucken. Ja, konnte jetzt das nicht sehen für ihr wegen der Werbung. Ja. Alles gut. Ich habe bei mir zum Glück noch keine Werbung. Boah. 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 oh scheiße ich muss meine rechnung bezahlen ich habe bei mir werbung während des streams ausgeschaltet die paar cent die da zusammenkommen danke ja da sieht man das ich habe mir gar keine werbung angeschaltet ich bereue jetzt so ein bisschen dass ich meine tante gespendet habe ihre neuen haare das geld was ich jetzt gut gebraucht hätte ich bin so ein unmensch ich hab die nachbarin dazu gedrängt ihr mann zu verlassen oh gott kann ich mal schreiben ich denke ich nehme jetzt einen kleinen job an weil die etwas schneller gehen und ich weiß nicht ob man da später bessere upgrades bekommt dementsprechend gucke ich jetzt ich bin jetzt ich bin jetzt Oh, du kannst ruhig weiterschreiben, sonst ich hol mir ganz kurz ne Schüssel Cornflakes bei Wur, ich bin gleich wieder da. Okay. 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 Doch nicht rum... Oh... 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 Was holt der denn? So da bin ich wieder ihr Lieben Mein Charakter hat sich gerade in den Schlaf gewohnt Er ist deprimiert Ich habe gerade mal realisiert, dass mein Schwiegermann gar nicht da ist, die ist weg Aber also schon seit Längerem, aber ich dachte sie wäre schon wieder gekommen Was habt ihr gemacht mit ihr? Keine Ahnung, wie hin ist Ja, aber jetzt weißt du wieso, Gordon Ist gerade alles scheiße Vor allem, weil man seine Rechnungen zahlen muss Das ist doch schlecht Das funktioniert halt alles jetzt nicht mehr Jetzt muss ich mit dem Kunden chatten Also Let's try Oh 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 Machen wir noch diese Datei hier fertig und dann nehmen wir unser Schlaf wieder nach Oh mein Gott, ich kann endlich nicht mehr schreiben, du weißt, was ich mein. Wes? Ja, ich bin heute zu doof für alles irgendwie, ich kann nicht mehr richtig schreiben. Das ist doch. Ach. So, freut mich grad echt, wo meine Schwiegermudi ist. Ach. Ach, ach, ach. Good luck. Yggla. Bonag, Die Orbert müssen wir bis Sonntag fertig haben, gut, wir sind Donnerstag. Überfülle. Wie kann man sich denn so krank beschreiben, die ganze Zeit? Als Wendiger, ich bin hier doch schon safe, 25 Minuten drin, oder muss ich immer wieder von vorne anfangen? Weißeschnitzt. Das wird's richtig ab, fuck man. Und was ist die Aufgabe denn? Dass ich 25 Minuten da sein muss. Und 30 Minuten. Und wie viel hast du schon davon observiert? 20 Minuten hatte ich schon insgesamt. Und dann bin ich kurz rausgegangen, um zu gucken, ob ich was weiter erreicht hab, aber das wird mir immer nicht angezeigt im Spiel. Okay. Und dann muss ich mal rausgehen, jetzt bin ich wieder neu reingegangen. Und dann muss ich mal rausgehen, um zu gucken. Und dann muss ich mal rausgehen. 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 Weißt du, was ich mir manchmal wünsche, Babbel? Was? Dass ich, ähm, bei... Weißt du das jetzt hier? Bei Fortnite? Mhm. Das Kind, das man nicht mehr haben möchte, verkaufen könnte. Und man kriegt dafür V-Bucks. Ja, gut. Das denke ich nicht, dass ich's mache. Mhm. Wäre aber geil, finde ich. Wäre aber geil, finde ich. Wobei der Account ist immer... Umso wertvoller. Je mehr Skin... Oder bestimmte... Äh... Skins, die du hast. Hm. Ich würde einige Skins einfach verkaufen. Oder für V-Bucks. Um mir das Mikrofon... ...und Musik... Hm. Hm. Wieso legt man eine Mülltonne auf dem Boden? Wieso reagiert die? Mildtonne ist schon wieder auf dem Boden. Wieso reagiert die? Was läuft? Heißt dein Sim auch... ...oder Sims auch... ...Bevo? Fies. Ah. Nein, der hat eigentlich meinen alten anonymen Namen, den ich bei der Presse benutzt habe. Hm. Also wenn ich meistens an der Presse ein Bericht abgegeben habe, wo veröffentlicht wurde und weil Luxemburger Land sehr klein ist und jeder irgendwie jeder kennt, so habe ich immer mit einem Synonym-Annamen gearbeitet. Und das war Nigel O'Neill. Das wäre gut. Okay. Uh-huh. Ich weiß nicht, dass meine Schwiegermutti bei irgendeinem Typen ist oder so, oder so, keine Ahnung. Tja. Ich nerv sie jetzt hier, aber irgendwie mache ich mir gerade ein bisschen Sorgen, weil es ihr auch nicht gut geht, ne? Nicht, dass sie irgendwo hingegangen ist. Und zusammengeklappt ist. Hat sie denn nichts gesagt? N-n-n. Und ich mag sowas nicht, zu gehen und nichts zu sagen, weißt du? Man kann ja immer wieder nichts passieren. Mein Mann hat mir auch nichts gedacht, wegen, dass sie geht oder so. Ja, ich weiß nicht, wie ich es schreitze. Aber ich weiß nicht, wie es das ist. Ich muss mich auf den Kopf machen. Wir bringen kurz die Milch und so wieder weg. Einen Moment. Jo. Ich gehe jetzt mal eine rauchen. Also lieber Chat, wir hören uns gleich wieder. Vielen Dank. Schubsiwops, ich bin wieder da. Zigaretten, alle Raucher verteilen. Jo, alles klar. Ich fühle mich beim Rauchen. Ich rufe sie jetzt einfach an. Fällt sie auch nur bei ihrer Schwester? Na, bist du bei Regina? Okay, gut. Ich dachte nur, weil du schon seit mehreren Schutten weg warst. Ich so, hey, wo ist denn Anja hin? Nicht, dass du jetzt die Retten holen gegangen bist oder so und umgekippt bist. Meine Güte, ey, Herzefakt. Okay, dann ist alles gut. Alles klar. Viel Spaß. Nee, nicht der Babysitter. Einfach nur eine Person, die sich Sorgen macht. Okay, alles klar. Tschüssi. Ach, sie ist bei ihrer Schwester. Da macht man sich natürlich Sorgen, wenn man überlegt, wo die hin ist. Alles klar. Ja. Allgame. Vielen Dank. Was soll ich einstellen? Und stell mal bitte dein Tipp-Page auf Deutsch und Euro XD. Also ich sehe gerade, du hast was da gemacht und ich musste Gebühren von 54 Cent zahlen. Was soll ich denn? Was soll ich da machen? Mir fällt gerade alles runter vom Gesicht. Wo macht man das denn? Und muss mir glaube ich helfen. Ich kenne mich mit Paypal nicht aus. Wo macht man denn Tipp-Page? Was ist eine Tipp-Page? Weißt du das, Peppo? Ich glaube, Peppo ist gerade rauchen. Weil bei mir stand, dass du 9 Euro Schießmicht tot gemacht hast und dann davon 8,20 Euro übrig geblieben. Dein Stream und zu den Tipp-Einstellungen gehen und dort müsste man irgendwo einstellen können. Deutsch ist ja schon auf Euro momentan shit. Ja, warte, wir machen das mal. Guck ich mal auf Stream-Elements, ne? Ja, Stream-Elements. Tipp-Einstellungen gehen und dort müsste man irgendwo einstellen können. Und Deutsch ist ja auf Euro momentan shit. Das ist ja auch USD. Oh, puh. Das ist eine gute Frage. Paypal-Legacy. Paypal-New. Said goodbye. Aha, verbinden. Verbindung trennen. Ich trenne mal kurz das zu dem Englischen. Oder kann ich hier auch Deutsch einstellen? Region. Ich wusste gar nicht, dass man sowas auch machen muss. Muss ich dann unter G für Germany, ne? Da geht Germany. Next. Danke, Gordon, für die Kippen. So. Machen wir weiter. Welchen Job? Ich bin überfordert. Hm. Warte. Wie kriegen wir das noch hin? Welchen Job nehmen wir denn jetzt an? Ähm. Ähm. Said goodbye to Paypal-Legacy and upgrade. Aber hier kann ich auch. Verbinde dich um Schwenden deiner... Okay, warte kurz. Ich hab's gleich. Ich kann sie auf Deutsch umstellen. 51. 42. Wo alle? Weiß nicht. Fertig, einen Moment bitte. Weiter. Jetzt sind sie doch die Verbindung. Gesund. Verbinden. Ich krieg das noch hin. Zur Not ist noch Bebo da, dass ich Stream übertragen kann, dass Bebo mir sonst auch hilft. Ja. Das ist aus. Deutschland. Dann musst du das gleich mal überprüfen. Was? Äh, warte mal, ich hab dich gerade nicht verstanden, ich muss gleich nochmal kurz da hier raus. So, jetzt musst du... Jetzt muss ich mir sagen, ob das geklappt hat, Gordon. Ich muss kurz hier aus dem Kreis raus. Gesundheit. Danke. Äh, wir wollen hier die... bei... bei Paypal, weißt du, über Stream-Elements? Wollten wir gerade das umändern. Äh, dass das nicht auf USD ist, sondern auf Euro. Nicht auf US-Dollar. Bei Stream-Elements? Was? Bei Stream-Elements oder wo? Ja. Genau. Weiß nicht, ob das jetzt auf Deutsch ist, also auf Euro. Müsste man mir jetzt verraten. Ich hab nämlich keine Ahnung davon, ehrlich nicht. Hast du davon überhaupt Ahnung, Bebo? Bei Stream... äh, Mainz läuft nämlich direkt über Streamlabs, dafür weiß ich jetzt nicht, wie du da umstellst. Aber normalerweise bei den Einstellungen kannst du die Währung wählen. Aber Gordon hat auch schon immer noch DE-USD. Ja, aber ich hab das doch gerade. Ja, aber ich hab das doch gerade. Design... Tipp-Moderation... Spenden... Spenden... Zahlungsmethoden... Paypal... Aha! Währung, USD... Aha! Euro! Jetzt müsste das... Jetzt müsste das geklappt haben. Oder? Wer suchet, der findet. Oh, meine Nage, ne? Jetzt müsste das... Euro sein. Obwohl, der ist tot, der ist nicht weg. Der ist schon hübsch. Ja, jetzt... E-E-Euro. Ah, Perf-Tag. Sehr gut. Sehr gut. Oh, danke dir, Gordon. Das wäre nett. Bis zum nächsten Mal. Okay, noch was witziges, warte. Wo ist das jetzt? Achso, hier. Nee, doch. Da. Warte. Hast du das überhaupt an? Ja, ne? Ja, ich höre das. Ich weiß gar nicht, ob man das auch bei dir im Stream dann hört. Doch, das hört man nicht immer im Stream. Was ist das jetzt? Ja. 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 Video? Ich kenne das Video. Ey, innen kann der Sound kommen. Habe ich das im Kopf? Ich überlege halt echt noch neue Lieder zu holen. Stiches. Stiches. Das ist ein Job erledigen. Bis wann? Bis Mittwoch. Bis zum Samstag. Das geht. Oh, der Logosang. Aber wann aktualisieren Sie eigentlich mal wieder die Musik? Eigentlich, das ist unabhängig. Bei den Updates machen Sie das sehr oft. Aber schade, dass wir in diesem normalen Pass nicht richtige Musik haben, nur im unteren Pass, weißt du? Nein. Oder haben Sie einen Kameram-Style? Was ist das? Heust. Aha. Hm. Schein, der ist tot. Lining lights. Könnte man das nicht auch so holen? Im Item Shop? Nein. LOL. Aha. Oh, nein. Oh, nein. Oh. Oh, nein. Oh. Oh Oh Ich glaube, ich spiele jetzt noch ein bisschen diese Musikgedöns hier Ich habe ja Stages Aber ich finde es trotzdem noch frech von Fortnite, dass sie das Jetzt alles so teurer gemacht haben Die Vibachs waren viel viel günstiger Ja gut, die Inflation Aber das ist doch nicht jetzt mal ernsthaft Die waren die ganze Zeit Jahrelang waren sie so und jetzt Weiß ich nicht Das finde ich schon ein bisschen doll Hey, geh mal zurück Ich nehme so ein Party-Skin So ein Disco-Skin Oh, ich hatte so gerne so viele Skins auf die Pflicht Ich nehme jetzt Ariana Granate Oh, ich könnte auch einen neuen Kühlschrank bauen Alle vier Nustüches Bisher kann ich noch wach bleiben Ich muss zwar eh nicht fokusschen, aber Ich muss ja nicht jeden Abend bisschen die Puppen wach bleiben Ich würde sowieso wieder nicht fokusschen Aber ich bin sowieso bisschen die Puppen wach Bleib safe Ich kenne mich Achja, ich habe ja hier auch Noch habe ich ja hier ein paar kostenlose Lippen Aber ich habe schon mal Neue Kühlschrank Neue Kochstelle Neue Dusche Als Abgehör zu Hause Mein Kühlschrank Neuen Herd, neue Kochstelle, neue Dusche. Aber eigentlich, ich brauche ja irgendwann auch mal meinen Schönheitsschlaf, der nicht mehr hilft. Ah Gordon ey. So, haben wir dann hier noch ein paar auf? Dich erledigen. Ja, machen wir doch mal. Ach, tschuldigung. Das hat man gehört. Ja, es tut mir leid. Meine Nase ist halt echt kacke. Ich muss die auch operieren lassen. Ich liebe das Lied wirklich. Ich liebe das Lied. 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 Ja. Ich liebe das Lied. 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 Endlich. So, so, ich verabschiede mich mal. Wünsche euch noch einen schönen Stream. Bis dann. Tschüss, Corden. Tschüss, Corden. Eine schöne gute Nacht wünschen wir dir. Schlaf gut und danke dir nochmal. So, so. 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 So, 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 so. So, 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 so. So, so, so. So, 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 so. So, 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 so Ich habe mal meinen Stream gesplittet. Siehst du das? Wie bitte? Ah, du hast das gesehen. Genau. Ah, du hast jetzt auf Euro. Genau. Was ist das hier eigentlich, dieses Dashboard? Das Dashboard kommuniziert dir, was an Einnahmen generiert wurden. Ob das jetzt von Seiten von Donation, Bits, Abos oder halt durch Schwerbeeinnahmen. Okay. Das ist cool. Das ist wirklich cool. Aber wie hat man das hingekriegt, dass man bei mir... Bei mir ist ja nichts verlinkt von diesem Tipp da, weißt du? TP wird überall, kannst du ja auch über Streamlabs machen. Ja, das habe ich ja, aber ich habe das ja nicht hier unter meiner Info oder so. Ah, okay, ja. Da musst du noch deine Karten alle machen, mit deinen Infos, Donation Links und das alles. Das ist ganz entspannt. Das ist ganz entspannt. Ja. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Sag mal! Gesundheit. Danke. Danke. Woa, Elfrissimba- Höhöh. Enzinuk Tananiwa. Gradubstanzo Le... Squamish Gorsi. Sreffy Pardue. Kiboy Schnibara. Kinesh. Phabbi Franoi. Shinisi Tolgava. Nubeam Harfinnotam. Tibinahu! Bla 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 bla. Stornufle. Skibik Nardi. Squamish Shropha. Ha! 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 Ulock! Oh! Ho! Neap! Oh, mein Name! Das war die Zebra. Das werde ich vielleicht gar keine mehr. So, ich hab mir jetzt ein ja, Soccer-Profil erstellt. Oh! Hat Kim nicht auch eins? Ich hab' den Klo. Tja, wie wird mal geschrieben? CH? Ne, CR. Risp. Hamster. Ich... Wo müsste man sie doch finden? Ja! Ah! 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 Oh, das Video ist nicht bei Kim, sondern Streamer... Ah! Was ist das? Streamers... ...Loo? Streamers.Loo? Was ist das? Das ist die Luxemburgische... ...Luxemburgische Streaming Community. ...Hab ich... ...Hab ich... ...Folge ich jetzt. Ne, folge ich jetzt. Das ist eine Summe. Ah! 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 Ahah! Ah! Die S... Oh Tilt? Tilt? Hä? Wieso sieht man die Bio-App hier? Aha Streamer Gamer und Streamer bin ich Fies Seit dem Meme kann ich Deutschland nicht mehr normal lesen, sondern le... Aber lese es nur noch mit Deutschland Fies Oh Gott, wie wird Freak geschrieben? F-R-E-E 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 F-R-E-E? Ja Nee, Freak, nicht Freak Ah, Freak! F-R-E-E-E F-R-E-E Ah, Dankeschön Das furchse ich nämlich jetzt nicht F-R-E-E F-R-E-E-E 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 F-R-E-E-E-E F-R-E-E-E-E F-R-E-E-E F-R-E-E-E-E 對 Die Bio geht doch so, oder? Ja, auch das geht so Deutschland Gamer Creation 22 Jahre alt Disney Freak Deutschland Deutschland kann ich aber ja noch damit fotos technischen zu was ich so spiele die clips die lök gemacht hat runterlade und dann auch mal reinpackt oder ja mach ich das denn jetzt am besten sich auch die bilder runterladen kann und so warte mal ich muss auch kurz den fernseher anhalten wie lade ich denn die videos die clips dann auf mein telefon runter weißt du das kannst du auch über das pc machen jetzt kannst du auch über den pc direkt bearbeiten warte warte Okay. All right. Oh, ich hab Abda... Was ist denn das Passwort? Ich sag die ganze Zeit, das existiert gar nicht, das macht gar keinen Sinn. Einstellung Privatsphäre, jetzt ist eine Kontoübersicht. Wo war das denn, wo man das Passwort ändern konnte? Ja, das ist mein Benutzer, aber der ist richtig. So, ich hab meiner Nachbarin einen Heiratsantrag gemacht. Oh, und was hat sie gesagt? Ich muss mal rüber gehen und gucken. Sie hat ja gesagt. Oh je, jetzt bist du wieder verheiratet? Sie ist wieder verheiratet. Weil ich hab dir daran gedrängt, dass sie sich schäuten sollte von ihrem Mann. Und das hat sie auch gemacht. Ja. Ohi. Ich fühl richtig Drama hier in der Story. Drama Baby, Drama. Ich werd... Während der Hochzeitceremonie fertig mich ab und die andere Nachbarin mich ranhängen. die Diener. Oh. Da wird die Marie, die ich heirate werde, wird sich so unwohl fühlen, weil sie dann ihr Mann und ihr Kind im Stich gelassen hat. Und bin gespannt, ob sie es rausfindet, dass ich sie dann mit der anderen Nachbarin betrug. Ich weiß noch damals, als ich mit meiner Schwester gespielt habe, haben wir auch so ein Drama gemacht. Da waren wir zwei Typen, die dann schwul wurden, wir haben geheiratet, wir bekamen ein Kind, bekamen dann das Kind vom Jugendamt weggenommen. Oha. Du hast gesagt, das geht auch so. Ja, Ari, weiter. Das Problem war, die Betreuerin vom Jugendamt kam, als beide arbeiten war und so bekamen wir das Baby weggenommen. Oha. Bild speichern unter. Meine Schwester ist schon voll traurig. Ja, wenn wir unser Kind weggenommen bekommen. Ja. Ist halt so, ist passiert. Das stimmt, ich muss jetzt die Hochzeit planen. Und das macht Spaß, also Sims? Ich habe das nicht verstanden deswegen. Ja, Sims macht schon Spaß. Wacht da eh ich die Hochzeit planen. Kassiere ich noch das Geld? Nee Junge, mach deine Arbeit fertig, dass wir das Geld kassieren und dann heiraten können. Hä? Du hast nur noch die Dokumente fertig auszufüllen. So, Hogwarts Legacies? Was? Das spiel ist noch nicht schwertig. Ich spiel mir. Okay. Ich habe eine Dating App programmiert, ich nenne sie Tinder. Ich habe noch mal richtig gut Geld kassiert. Und nächstes Ziel ist dann die Hochzeit planen. Und nächstes Ziel ist dann die Hochzeit planen. Das ist toll, wenn die Mutter sich geschieden hat und den Sohn dann zu ihrer neuen Hochzeit einlädt. Das ist schon, also, dass das überhaupt geht, das wusste ich gar nicht. Es ist so makaber, was du alles mittlerweile bei Sims machen kannst. Wenn man Spaß dran hat. Also, ich könnte es nicht spüren, weil ich das einfach alles nicht verstehe. So. Das ganze Game verstehe ich nicht. Die Hochzeit feiern wir zu Hause bei mir. Nix mit romantischer Hochzeit in der Kirche. Das ist gut. 在 Sch preçochen. Ja, ich finde die USSR. Ich will auch mal was, warte Lauf zurück. Wenn du dich in die Kirche der Kirche. Ich will auch mal was, ich will auch mal was. Ach, die Beinein. Na, ich will auch mal was. Ich hätte das gerade schlug. Oder? Ich denke, das war nichts. Ich stehe einfach nackt vor den Gästen. Jetzt flüchte ich mit der neuen Nachbarin von meiner Frau. Jetzt muss ich mich jetzt reinziehen. Du Schwester, ich stehe heute später fast nackt. Und sie im Brautkleid. Ich stehe nackt da. Und wer ist deine Frau jetzt? Sie ist jetzt meine Frau, aber das ist meine Affäre. Hier vorne, die Blonde. Wir sind zwei Gäste da, mir ist alles egal. Geht wir einfach mal etwas rumbumsen, wenn alle Gäste da sind. Ja. Ja. Das war's für heute. Den Gästen stört es auch nicht, dass ich hier nackt rumlaufe. Das ist doch die Hauptsache, ne? Das ist doch die Hauptsache, dass ich hier nackt rumlaufe. Was schreibe ich denn für den Text dazu? Zu den ganzen Bildern, die ich spiele. Ja gut, du musst dir schon was ausdenken, was du mit diesem Bild verdeutlichen möchtest. Und hier seht ihr alle wieder... Jetzt kommt was ganz Böses, was ich mache. Jetzt, weil ich verheiratet bin, kommt die Frage Haushalt. Ich kann jetzt zwingen, dass meine neu verheiratete Frau zu mir zieht. Hier ist ihr Mann, der Jens Müller. Sie ist die Marie Müller. Und sie haben einen Sohn, den Hendrik Müller. Ich kann sie jetzt zu mir nehmen. Das heißt, ich kann sie auch für mich arbeiten lassen. Die Familie Müller hat ein Vermögen von 20.000. Was ich machen kann, ist einfach, ich möchte, wenn sie zu mir zieht, 20.000 auf mein Konto bekommen. Dann haben wir hier Fortnite und dann haben wir hier... Ey. Aber da... Hallo. Was steht hier? Zocken ist magisch. Es geht doch nichts über das Hochgefühl, den letzten Bosslevel zu knacken. Wenn Marie zockt, ist sie eins mit dem Universum. Soll sie zugeben, dass sie Videospiele mag? Ja. Ja. Ohne zu fragen. Ja. Ja. Cool. Of Legends. Valorant. Okay, Kumpel, du müsstest aber irgendwann mal Kleider wieder anziehen. Gucken wir mal, wie es geworden ist. Ähm, Marie, wieso kotzt du in die Toilette? Das habe ich jetzt nicht verstanden. So, ein, zwei sind mir schon gefolgt. Wait a minute. Also entweder ist Kim noch in deinem Stream. Oh da, die ist einfach nur ein richtiger Stalker. Das ist Konsul. Sie ist mir nämlich schon gefolgt. Und Streamer Punkt, äh, Streamer, dieses, ne, Lu? Ja. Das folgt mir jetzt auch. So, und jetzt brauche ich am besten die Clips von Twitch, damit ich die auch reinpacken kann. Wie kann ich die Clips denn speichern? Damit ich die auch hochladen kann. Muss auch auf funktionieren, oder nicht? Hä? Das sind doch nicht alle Clips. Alle. Aha, wo meine Fortnite Clips sind hier noch? Oh, Kim, der kleine Stalker, oder? Fortnite. Dream check. Kann man die Clips sich nicht speichern? Doch, die kann man speichern. Auf der Festplatte von deinem PC kannst du sie abspeichern. Aber ich kann nur alle Clips zu diesem Video löschen. Benutzer in Timeout versetzen. Alle Clips löschen. Hä? Nicht zur Arbeit gehen. Marie ist momentan bei der Arbeit. Der Chef von Marie wird nicht zufrieden sein, wenn Marie blau macht. Bist du sicher, dass sie es tun soll? Nein. Ich hätte den gern. Den Clip. Wieso geht das nicht? Was? Wait. Ich kann den Clip nicht speichern. Okay. Warum nicht? Ich kann nur vorstellen, auf Hochformat zuschneiden. Ich bekam gerade hier eine Nachricht für zwei Essen. Herzlichen Glückwunsch, Marie erwartet ein Kind. Dieser Haushalt bekommt ein neues Mitglied. Ich werde Vater. Das ist so. Was? 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 Sie? Ah, gris-y. Es gibt einen Snorkel-O-Kid. Ja. 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 Aber das kann ja gar nicht angehen. Die muss ich ja selber speichern können. Das ist ja... ...meins. Ja. Tja. Ja. Tja. Ja. Ja. Ah, was... Geil, mein Charakter träumt als hätte er ihn in die Hose gemacht. Oh. Oh. vagart Da sie jetzt meine Frau ist, kaufe ich hier auch ein PC, damit sie ihn mein PC in Ruhe lässt. Wie findet sie das? Ich kaufe meiner Frau auch ein PC, weil sie andauernd auf meinem PC rum ist. Wie speichert man dann Clips ab? Du musst dann Clips generieren, dann zuschneiden und danach kannst du den dann runterladen. Und dann kannst du das, was du kannst. Und dann kannst du das, was du kannst. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Ich hab jetzt herausgefunden, wie ich das mach. Also, ich bin jetzt gerade am speichern hier. Ah, wunderbar. Dann kann ich sie nämlich auch hochladen. Wollen wir schon mal wenigstens ein bisschen sich das hier aufbauen, ne? Das ist so ein Insta. Aber da müssen eindeutig auch mehr Clips bei mir gemacht werden. Ich weiß nicht, wie man die macht, deswegen keine Ahnung. Ansonsten muss ich auch gern dazu alarmieren, bei witzigen Dingen Clips zu machen. Was? So, meine Frau ist arbeitend und rufe ich meine Affäre nach Hause. Kann ich noch nicht den Namen ändern sonst? Was haben wir denn denn? Zwei. Jetzt darf ich das ja eher... So, den Fake, das Connect, brauche ich nicht. Oh, ich bin nervös. Oh, ich bin nervös. Oh, ich bin nervös. Ich müsste doch noch mehr haben. Das ist echt meine einzige Baumlandung und so. Schade. Alle. Ich wollte hier vorne suchen, das ist ein Stick. Äh, check. So. Und stellen... Ein Wheel muss ich ja erstellen dafür, ne? Um Videos hochzuladen, war doch Wheel, oder? Ja. Und stellen... Cuter auswählen. Clips. Oh, meine Frau ist zu Hause, am besten dann, wenn wir noch SMS schreiben in meiner Affäre. Ich bin mal gespannt, ob ich erwischt werde. Oh, meine Frau ist zu Hause. Ich finde, das ist immer noch der geilste Clip, da, weil ich mich wegen dem Paul erschrocken habe. Das war richtig witzig. Ich habe mich wirklich so verjagt. Oh, Millen. Achso. Oh,hotsdat. Oh,äh? Oh. Oh, commander. Ich weiß nicht, was ich? Ich weiß nicht, was ich zuvor. Ich weiß nicht, was ich bin. Ich weiß nicht, was ich war. Das war's für heute. Oh, 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 oh. Oh, dann darf ich ja Kim sagen, dass sie meinen Banner bearbeiten darf. Ich bin schon asozial von mir, aber egal. Ja, hab ich jemals was verkehrt gemacht vorhin, oder was? Oha! Potenzielle unbehagliche Konversation. Marie bemerkt, dass der nächste Kunde in der Chat-Schleife eine ehemalige Flamme von ihr war. Und die Sache ist damals nicht gut gelaufen. Die anderen Agenten sind beschäftigt. Soll sie den Chat starten oder so tun, als hätte sie das nicht bemerkt? Kunde, Kundin in ihre Karrieren. Ich möchte nicht, dass meine Ex mit meiner momentanen Frau diskutiert. Meine Affäre ist wieder zu Hause. Ich möchte jetzt den Chat-Schleife. Das war's für heute. Oh, Floofy! Das war's für heute. Oh! Esnoi! Konkuru Baima! Mopiro! Huh! Venge! Oof! Roush! Merkles Europe? Gaba! Henge Pabi Narble? Frange! Pardus Idna! Washes of Grease! Ha! Darzen! Mwah! Süßu! Esnoi! Floride! Finnalido! Oh, that's the next one! I'm just talking a young man! I'm a computer all span! Uh-huh! Um... Ha-ha! Frina died! Oh! Woo! Kimba! Woo! 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 He, Yamba! Flix! Yamanu Darza! Kechoi! Ich tanze meine... meine Affäre an! Ja, da war! Ha-ha! Ha-ha-ha! Ha-ha-ha-ha! Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-haa-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha! das ist der vorteil wenn man selbstständig ist dann ist man den ganzen tag zu hause und keiner merkt was und sie ist im arbeiten ja sie kommt gerade von der arbeit nein wieso ist sie jetzt da eine affäre ist vor der tür ich müsste was machen und deine frau schwanger oder was ja ich habe hier jetzt auch ein gaming eine gaming ecke gemacht bis sonntag muss ich die fertig haben ok eigentlich dieses oh mein gott ich habe einen auch gesagt habe nein dann habe ich den waschtisch erst repariert dann geht der kühlschrank kaputt ja Jetzt sind da fünf Beiträge drinne erst. Jetzt kann ich ja auch auf dem Twitch-Kanal, mein Insta, irgendwie kann man den da auch verlinken, richtig, oder? Ja. Riebplatz, äh, Vorfreude, ja. Okay, und wie erstelle ich den Link von dem Profil? Ah, da musst du nur die URL übertragen. Nur die URL? Ja. Also das mit HTTPS, ne? Ja. Kopieren. Social Media URL einfügen. Nein, jetzt ist das Auto kaputt. Ich bin Vater. Oh, super. Ah, 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 Ayola. Wenn man jetzt auf Info geht. Es ist ein Junge. Ich hab einen Sohn. Instagram. Vielen. Ich Nennen. einzigen die spiele die spiele glaube ich ich müsste jetzt alle haben mein kind heißt karl-heins-müller ich hoffe ich werde dieses management-kind-from-new-wind-up weggenommen bekommen karl-heins-müller ich muss viel hinzufügen Insta, um, antworten, peeren, einfügen, befehl aktivieren. So, das müsst ihr jetzt unxenockelt haben. Das ist jetzt auch bei meinem Befilen drin ist. Insta, um, und dann nur Insta. Hier sieht man die Playlist, das Banner, Games. Alles ist kaputt bei mir, das gibt's doch nicht. Yeah, ich hab Geld bekommen für meinen Job. Achso, ne, sie ist mir nicht gefolgt, ich bin ihr gefolgt. Lost. So, dir bin ich jetzt auch gefolgt. Oh Gott. Gerne. Hat Marcel auch einen? Warum frage ich eigentlich? TTV, Moin Marcel. Ja. Yix, 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 yix. Ja, ich hab im Unterschrift da, ne. So, du achst, glaubt das ein bisschen doof, oder? Nö, kann ich ja eigentlich selbst entscheiden, ne? Muss ja nicht genau wie bei Twitch sein. Nö. Ohne den Unterstrich. So, die Frage wird dann halt irgendwann nur sein, ob sie meinen richtigen Insta-Profil finden. Aber da kann ich das ja umstellen, ne? Dass ich Anfragen annehmen muss, richtig? Genau. So, macht man das auch mal so, dass mein Konto auch privat ist. Weil der Name ähnelt sich natürlich sehr. Da sind vorne nur ein Unterstrich und dann kommt die Moni. Das werde ich mir... ...zeh' ich doch mal nicht. Vielleicht auch besser so, dann können auch irgendwelche Chefs mit mir sehen. Das ist definitiv mein Sohn. Er ist schwarz. Ne, ich finde dich dein Sohn, der ist schwarz. Okay. Guck, da ist er. Da liegt er. Ah, ja, okay. Definitiv. Definitiv. Der kleine Karl. Oh, ich hab meine Core-Skills maximiert. Geil. Ja, Hendrix, du hast jetzt einen Halbbruder. Ja. Konto privatsphäre, privates Konto. Unternehmenskonto können nicht privat sein. Ich hab gar kein Unternehmenskonto. Äh? Hilfe. Wie mach ich das weg? Was? Der sagt, Unternehm... Unternehmenskonten können nicht privat sein. Äh, ja, weil du dann ein Unternehmenskonto eröffnet hast. Kann man das nicht wegmachen? Ähm, du müsstest es dann wieder umstellen auf ein privates Konto. Außer du hast es von Anfang an als Business-Konto eröffnet. Ne, ich hab es von Anfang an als normales Konto eröffnet. Deswegen wundere ich mich gerade. Weißt du, wo man das ändern kann? Eigentlich in der Einstellung, äh, Konto-Einstellung. Geht's auf das Rädchen? Ja. Konto-Übersicht, da sind aber dann alle Kontos aufgelistet. Ähm, irgendwie kann ich sein, dass da ein Stream-Licht heute läuft. Achso. Ahahaha. Ja. Warte. Doch, jetzt geht's. Jetzt sehe ich. Ja, okay. Weil das ist jetzt mein alter Account hier, ne? Ja. Also das ist jetzt mein Stream-Account. Dann müsste ich mich, glaube ich, irgendwo kann ich doch Konto hinzufügen, ne? Damit ich mein... Aha, Konto wechseln. Oh Gott. Hallo, ich will ein anderes Konto. Warum muss man mich jetzt anmelden? Ja, du musst dich mit dem zweiten Konto anmelden. Ah. Okay. Weil ich verstehe nicht, wieso das so ist. Wie macht er denn jetzt einen Unterstrich? Das ist jetzt ein Minus. Unterstrich. Die Moni. Ja, was ist denn da mein Passwort? Keine Ahnung. Versuch mal das. Okay, das geht nicht. So, dann gehen wir mal ganz kurz wieder auf meine Speicherdaten. TikTok, Ubisoft, Microsoft, Mine. Indie, Fortnite, Snapchat, Facebook, Riot, Steam, Google, Twitch, Insta. Oh Gott, das ist das Passwort. Tücher, da wäre ich nie drauf gekommen. So sicherer geht ein Passwort nicht, ne? So lang wie das ist. Geh mal an, wie lang das ist, ey. Mein Passwort hat... Ja, 14, äh, 14 inzwischen. Das ist auch nicht gerade wenig, ne? So, kann er jetzt mal schneller mein Konto anmelden hier? Gut, es ist eigentlich... Das Passwort ist groß und es hat sowohl Kleingroßschreibung und Zahlen und Zeichen. Aber es ist anhand von einem Algorithmus, wo ich im Kopf habe und da ist es sehr einfach, es wieder zu verwendet. Also ich gehe jetzt hier auf das Zahnrädchen. Ja. Und dann? Dann hast du... Moment, äh, App, Websele, Professor... Ähm... Einstellung und Privatsphäre. Weil wenn ich jetzt hier auf privates Konto gehe, kommt halt das hier. Nur deine Fröhre... Hä? Jetzt geht's. Ja. Unternehmenskonto können nicht privat sein, steht hier unten gerade wieder. Äh... Hattest du das damals da? Ein gewerkliches Konto, du hast gemacht. Äh, ist das dein privates? Ja, das ist mein privates. Ja, das ist mein privates. Äh... Deswegen weiß ich nicht, wieso das nicht funktioniert. Dann geh mal zurück. Und geh nochmal drauf. Und guck da bei ein professionelles Konto. Drück mal da. Ja, du hast jetzt was professionelles Konto eröffnet. Kann man das wegmachen? Ähm... Wie kann man das jetzt wieder umsetzen? Zum persönlichen Konto wechseln? Ja. Zurück zum alten Konto? Ja, richtig. Aber da kommt... Da ist nicht alles weg, ne? Nein, nein. Da bleibt aber alles. Ich hab das nie gemacht. Warum ist das so? Meine Ahnung. Also eigentlich wechselt der nicht von alleine drauf. So, jetzt müsste das wieder... Jetzt ist... Jetzt kannst du über Einstellungen als Privat... Und jetzt krieg ich immer Anfragen, ob derjenige mir folgen darf, richtig? Genau. So, jetzt geht's. Folgst du mir auf Instagram, dass wir es kurz ausprobieren können? Ja, wachter. Wie war der Name? Unterstrich die Moni. Dann mach ich das kurz übers Handy, weil da bin ich meistens drinne. Ah, da haben wir es. Genau. Aha. Perfekt. Gut. Aber das ist für mich sicherer, als wenn ich das jetzt... nicht so mache. Instagram. Naja. Viel weg sein. Kann ich mich irgendwie noch hinzufügen? Anstatt zu weg... Hier sehe ich gerade ein Video von jemand, der genau die gleiche Hülle für die ich gekauft hat. Hülle? Ja, für das S24. Ah. Ich muss auch sagen, es ist auch die geilste Hülle. Das Einzige, was mich einfach stört, ist, dass die einen Ausschnitt gemacht haben für die zwei kleinen Kameras. Es hat ja fünf Kameras und für die drei großen gibt es immer jeweilig ein Loch und für die zwei letzten haben sie ein großes Loch gemacht. Und was mich schon stört, ist, dass der ganze Dreck dann inzwischen bleibt. So, dann können wir ja auch mal Streamern folgen hier, ne? Den kenne ich dann alles so. Du kennst Max Dapanisch. Das ist unser Maxi. Maxing? Ja. Wir waren letztes Mal auch in seinem Stream, der wohl nur Apex streamt. Ah. Den hast du da stehen. Echt? Wo? Echt. Guck mal, da steht er. Unter. Der Letzte. Ah. Gibt es noch so Bekannte? Halt, da hast du ja Marcel. Nee, geh nicht weg. Geh zurück. Nee, ich hab Marcel schon. Ah, hast du ihn schon, okay. Ja, genau, den hab ich schon gefolgt, da. Gefolgt. Muss meinen Schatz ihn noch folgen. Stimmt, ich hab Marcel gar nicht schon. Ich hoffe, er jetzt darf. Ich wusste nicht, was er jetzt da hat. Obwohl, nee, das ist ein Privataccount, da kann ich ihm nicht folgen. Gibt ja so kleine Stalker, ne? Von mir ist es egal. Die Sache ist die, ich poste nie Privates auf Social Medias. Ich schon, ich hab ja meinen kleinen Privataccount. Weil grundsätzlich war ich von Anfang an ein Mensch, der hat es gehasst, dass andere Menschen mein Leben beobachten können. Darum habe ich auf keinen meiner Social Medias, sogar auf meinen professionellen, äh, auf meinen privaten Social Medias gibt es, aber ich poste da fast nie was. Das ein oder andere poste ich, aber halt eben nichts Privates. Ich bin jetzt, also das sind jetzt die, die ich gefolgt bin, sechs Leute. Kim, Drima, du, Max, Gronkh auch. Marcel. Weil eine Mitarbeiterin bei mir in der Firma, die wollte mehr von mir wissen und die hat sich dann auch bei mir beschwert, ja, wieso finde ich nicht viel von dir? Ah. Und da hab ich gesagt, ja, wenn du was wissen willst, fragst du mich, äh, also du brauchst nichts zu stoppen, weil du wirst nichts finden von mir. Ja, richtig. Gut, aber das Mädel hat nicht locker gelassen, die, ich, die hat rausgefunden, wo ich ins Fitness ging, wo, äh, wo ich meinen ersten Wohnsitz habe und wo mein zweiter Wohnsitz ist. Also, ist irgendwo beängstigend, wie, wie weit die Leute gehen. Das stimmt, also ich wollte ja auch schon ganz oft gestalkt und so. Ja, Montana Black ist jetzt auch mit drin, ne? Fand ich auch wichtig. Post, post Mr. Beast ein Foto, wie er mit Kim Kardashian da steht. Ja gut, kann man auch verstehen, also, der Typ verdient mehr als mancher andere Stars draußen. Das stimmt. Okay. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Es ist schon spät genug. Also ich habe hier jetzt auf jeden Fall schon mal bei meinem... Vielen Dank.